... ... ... ... ... ... ... Ganz kurz darf ich Unmerksamkeit bitten. Ich habe doch schon gesagt, hinterher können wir in den Kartoffelkirche gehen. Jetzt brauche ich nochmal die genaue Anzahl. Ich habe auch nicht genommen, die sind so gleich auf die Ecke. Hier hoch, 100 Meter, finden wir alle Platz. Aber trotzdem wollte ich noch mal wissen, es sind ein paar neue Leute hier zugekommen. Bei der Durchgebung hat man ja getroffen. Wer geht weg, also da geht alles um die Kartoffelkirche, man muss aber nicht essen. Zusammen sitzend und regeln, man kann auch nicht regeln. Das kommt nicht, es gibt dort. Also hinterher zwischen 10 und 11, dass wir drüben sind, ihr wisst ja wer will. Das reicht ja schon. Ich lasse trotzdem ein paar Bolz gehen, manche wollen vielleicht ein bisschen nicht. Ich lasse trotzdem ein paar, wo ich hier und hier bin. Vielen Dank. 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 Ja, ich würde sagen, dann steigen wir direkt ein mit dem ersten Impulsreferat, was wir heute Abend haben. Das hält Franz Alt, braucht man wahrscheinlich nicht vorzustellen. Das ist ja, ich glaube, man darf das in dem Alter sagen, ein Urgestein, glaube ich, der umwelt- und klimapolitischen Szene in Deutschland. Journalist, Autor, Politologe, Theologe, Mahner für Umwelt- und Klimaschutz in ganz vielen verschiedenen Funktionen. Heute als Betreiber der Sonnenseite unter anderem und eben mit einem Schwerpunkt auf der Klimapolitik. Und genau darüber wird er jetzt auch zu uns sprechen, über die Frage, welche Rolle die Bahnpolitik, die Verkehrspolitik im Allgemeinen und die Bahnpolitik im Speziellen für den Klimaschutz spielen wird. Herzlich willkommen, Franz Alt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, letzte Woche wurde hier in Berlin ein spannendes und überraschendes Gutachten vorgestellt. Zum ersten Mal gemeinsam von zwei Agenturen, die bisher überhaupt nicht zusammengearbeitet haben. Das ist einmal die sehr konservative, von der alten Energiewirtschaft abhängige internationale Energieagentur. Das sind die alten großen Atom- und Kohle-Menschen vertreten. Und von der internationalen Erneuerbare-Energieagentur, die Hermann Scheer initiiert hat. Im Jahre 2010 wurde die gegründet mit Sitz in Abu Dhabi. Ich war sehr gespannt, ob das überhaupt geht, dass die beiden sehr antagonistisch angelegten Agenturen ein gemeinsames Papier für die Energiewende erarbeiten können. Es ging. Und das Sensationelle ist, dass sie festgestellt haben, wenn es uns noch gelingen soll, dass die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens vom Dezember 2015 erreicht werden sollen, dann muss das jetzige Tempo der Energiewende versiebenfacht werden. Und das sagt die echt, die recht konservative internationale Energieagentur in Paris. Das ist schon ziemlich sensationell. Meine Damen und Herren, Herr Kreuzfeld hat es eben angedeutet, wir Deutsche, die wir auf der ganzen Welt so als Vorreiter der Energiewende gelten, haben nicht nur dieses Jahr den CO2-Ausstoß nicht minimiert, sondern seit sieben Jahren nicht mehr. Seit etwa sieben Jahren bleibt er auf konstanter Höhe. Die Bundesregierung hat vor vielen Jahren mal, das war noch Kohl, sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 die Treibhausgase um 40% zu reduzieren. Vor sieben Jahren sind wir bei 27% etwa gelandet und da sind wir jetzt noch, von wegen 40 bis 2020. Das Ziel wird glatt verfehlt. Meine Damen und Herren, die 27%, auf die manche immer noch so stolz sind, kamen nur deshalb zustande, weil die alte DDR-Wirtschaft, Industrie zusammengebrochen ist. Nur deshalb. Die Amerikaner sputten und sagen, das ist Wallfall-Profit. Mauerfall-Profit. Und so ist es ja auch. Wir hätten niemals die 27% erreicht ohne den Zusammenbruch der DDR. Also nicht, dass wir so gut waren, sondern der Zusammenbruch der DDR hat uns geholfen, wenigstens die 27% zu erreichen. Die jetzige Bundesregierung hat die Energiewende eher ausgebremst, als dass sie sie forciert hat. Unter Energiewende verstehen wir seit dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz, das heißt seit dem Jahr 2000, weitgehend Stromwende. Verkehrswende wird ausgeklammert. Darum geht es ja heute Abend auf dieser Veranstaltung. Auch Wärmewende wird weitgehend ausgeklammert. In der Tat, in der Stromwende haben wir etwa bis zum Jahr 2012 einiges erreicht. Wir hatten unter 5% Ökostrom, vielleicht 6% im Jahr 2000. Heute sind wir bei etwa 33% Ökostrom. Das ist nicht schlecht. Aber ganz schlecht sind wir bei der Verkehrswende, ist überhaupt nichts passiert. Die heutigen Benziner, die wir fahren, etwa 44 Millionen in Deutschland, sind zwar etwas effizienter als die noch vor 20, 30 Jahren, aber wir haben halt viel mehr Benziner. Dadurch wird das wieder aufgewogen. Und insofern hat der Verkehrsbereich zur Energiewende überhaupt nichts beigetragen. Und die Wärmewende hat ganz wenig beigetragen. Und die jetzige Regierung hat das bisschen Fortschritt, das wir in der Stromwende hatten, noch gestoppt. Auch Herr Gabriel, oder vor allem Herr Gabriel, er hat sogar eine Sonnensteuer eingeführt. Das heißt, wer seinen eigenen Strom produziert auf dem eigenen Hausdach, muss dafür 2 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Wenn ich Dieter Hildebrand gebeten hätte, er soll mal für eine meiner Fernsehsendungen eine Kabarettnummer zum Thema Sonnensteuer machen, hätte der Kabarettist Dieter Hildebrand gesagt, also auf sowas Blödes, da blamiere ich mich ja. Also so blöd ist kein Politiker der Welt, dass er eine Sonnensteuer einführt. Herr Gabriel hat es gemacht. Das ist so, als wenn Sie für einen Apfelbaum für jeden Apfel, den Sie ernten, eine Steuer zahlen müssten. Sonnensteuer. Auf diese Idee muss die Politik erstmal kommen. Die deutsche Politik hat das geschafft. Und so wurde die Energiewende ausgebremst. Selbst im Strombereich geht es kaum noch vorwärts. Und meine Damen und Herren, wir reden ja nachher mit drei Politikern, Rot-Rot-Grün. Haben Sie je gehört, dass Martin Schulz irgendetwas in den letzten Monaten, er redet ja viel, zum Thema Energiewende, auch nur das Wort Energiewende gebraucht hätte, oder Verkehrswende, oder Umweltschutz, oder Klimaschutz? Sendepause. Das sind alles Fremdwörter. Also, unser Thema heißt zwar Bahngrise als Chance, nur, wenn ich die beiden Möglichkeiten sehe, Merkel oder Schulz, dann ist das eine so wenig hoffnungsvoll, bis jetzt zumindest, wie das andere. Da muss eine Menge passieren, deshalb sind Impulse so wichtig. Deshalb ist die Veranstaltung ja wichtig. Nur, wenn ich sehe bei Rot-Rot-Grün, die Linken haben ja so ein Programm, Ausstieg aus der Kohle. Ohne Kohleausstieg gibt es keine Energiewende. Nur dort, wo sie regieren, in Brandenburg, machen sie Kohlepolitik weitgehend. Die Grünen, natürlich sind die Grünen für den Kohleausstieg, aber dort, wo sie mitregieren, wie in den Nordrhein-Westfalen, ist ein bisschen was passiert. Aber von Kohleausstieg kann man bei Frau Kohlekraft nun wirklich nicht reden. Und die SPD ist noch immer gefangen in den Fesseln der alten Kohlepolitik. Das ist die alte Kohlepartei. Der CDU-CSU ist es immerhin nach Fukushima gelungen, aus Atomen auszusteigen. Dieser Ausstieg aus Kohle steht der SPD noch bevor. Das ist das große Problem, vor dem wir stehen. Deshalb muss man hinter dieser Überschrift sicherlich ein großes Fragezeichen setzen. Ich will mal, um deutlich zu machen, dass das ja nicht eine Nebenfrage ist, sondern so, um mit Lenin zu sprechen, die Hauptfrage für die nächste Bundestagswahl. Meine Damen und Herren, der Energiefrage, sagt Angela Merkel, ist die Überlebensfrage der Menschheit. Es geht um nicht weniger. Übrigens, Herr Schulz, wenn das Thema Gerechtigkeit eines der Hauptthemen sein soll, da muss aber Klimaschutz dazukommen. Nehmen Sie mal die Vorstellung von Gerechtigkeit gegenüber Europa und Afrika. Die Afrikaner müssen fliehen, weil sie Opfer unserer Klimapolitik sind. Die Afrikaner machen doch nicht das Klima kaputt. Das machen die Europäer. Wir mit unseren Autos und unseren Ölheizungen. Ein Afrikaner verbraucht ein Vierzigstel der Energie gegenüber einem Europäer. Das Problem sind wir und nicht die Afrikaner. Sie sind die Opfer unserer Energie- und Verkehrspolitik. Also das Thema Gerechtigkeit muss man schon ganzheitlich angehen und global, wenn es denn das große Thema der Bundestagswahl werden soll. Also wir müssen dafür sorgen, dass das nicht einfach so ein Schlagwort bleibt und inhaltlich nichts kommt. Das ist die große Aufgabe, vor der wir alle stehen, wenn wir Klimaschutz und Verkehrswende wirklich ernst meinen. Ich will mal als Fernsehjournalist ein kleines Experiment mit Ihnen machen. Nehmen wir an, es gäbe jetzt in zwölf Minuten beginnt die Tagesschau bei uns in der ARD. Nehmen wir mal an, es gäbe heute Abend eine ökologisch realistische Tagesschau. Sie wissen alle, das gibt es nicht. Aber wenn es das gäbe, was müssten dann meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen sagen, jetzt in zwölf Minuten? Sie müssten zum Beispiel sagen, dass wir heute wieder an diesem einen Tag rund 150 Tier- und Pflanzenarten ein für allemal ausgerottet haben. Meine Damen und Herren, die Natur braucht 30.000 Jahre, um eine Spezies zu schaffen. Wir roten heute nicht zuletzt wegen unserer, nicht nur, aber nicht zuletzt wegen unserer Energie- und Verkehrspolitik pro Tag 150 Tier- und Pflanzenarten aus, weltweit. Wir sind die erste Generation, die dem lieben Gott voll ins Handwerk pfuscht. Wir spielen Evolution rückwärts. Hat noch nie eine Generation vor uns gemacht. Noch nie hat eine Maus eine Mausefahle gebaut. Aber Menschen machen Klimawandel und zerstören damit ihre Lebensgrundlagen. Meine Damen und Herren, zweite Meldung einer ökologisch-realistischen Tagesschau heute Abend müsste wohl heißen, auch heute wieder haben wir weltweit etwa 50.000 Hektar Wüste zusätzlich produziert. Machen wir jeden Tag. Und dann wundern wir uns, dass die Menschen fliehen, die betroffen sind in Afrika. Ich höre immer, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Herr Schulz, unter dem Thema Gerechtigkeit, nur mal ran. Da gehört Klimaschutz und Verkehrswende dazu, zu diesem Thema. Dritte Meldung einer ökologisch-realistischen Tagesschau. Wenn es sie denn gäbe nachher, müsste heißen, auch heute wieder haben wir weltweit etwa 86 Millionen Tonnen fruchtbaren Boden verloren. Täglich. Nochmal, das sind die Fluchtursachen. Zurzeit sind in Afrika 18 Millionen Klimaflüchtlinge unterwegs. Auf der Suche nach der nächsten Wasserstelle. Noch in Afrika. Die werden alle nach Europa drängen. Wenn wir das Thema Klimaschutz nicht ernster nehmen als bisher. Alle Fachleute, die ich kenne, sagen mir, wir haben noch ein Zeitfenster, um diese Fragen in den nächsten vielleicht 20 Jahren plus minus zu lösen. Das ist die Chance in der Tat, die wir noch haben. Aber da müssen wir Gas geben. Wie gesagt, die beiden großen Energieagenturen, die Alte und die Erneuerbare, sagen das Tempo der Energiewende und damit auch der Verkehrswende natürlich versiebenfachen, weil das beides zusammengehört. Das Hauptproblem sind natürlich, wenn es um die Verkehrswende geht, die Autos. Meine Damen und Herren, nicht nur der Betrieb von Autos, sondern die Produktion von Autos. Deshalb reicht es nicht zu sagen, jetzt stellen wir alle Autos auf elektrisch um und dann ist das Problem gelöst. Die Produktion von Autos macht mehr CO2 als das Fahren von Autos später. Wir brauchen zur Produktion eines Autos, ob Benziner oder Elektroauto, 50 Tonnen sauberes Wasser, das anschließend vergiftet ist. Allein das muss man sich mal vorstellen, was wir da treiben. Jetzt habe ich noch gar nicht von CO2 gesprochen. Mit unserem heutigen Verkehr. Nochmal, es gibt keine Energiewende ohne Verkehrswende und da müssen wir Gas geben. Das müssen wir, egal welche Regierung da rauskommt am Schluss, in diesem Herbst deutlich machen. Und zwar nicht ein bisschen. Heiner Monheim hat in einer meiner Sendungen vor über 20 Jahren schon mal in der ARD ausgerechnet, wir könnten den heutigen, also etwa 80% des heutigen Verkehrs ist Autoverkehr in Deutschland. 20% öffentlicher. Diese Zahlen müssen wir etwa umdrehen. Ich sage mal, damals haben wir gesagt 2,35, ich sage heute mal vielleicht bis 2,50. So etwa. Das muss das Ziel sein. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber darunter dürfen wir es nicht versuchen. Alles andere, meine Damen und Herren, bedeutet, dass der Klimawandel voll zuschlägt. Ich möchte nicht mein Enkel sein, wenn wir einfach so weitermachen und die letzte Tonne Kohle oder Öl noch verbrennen. Meine Damen und Herren, es gibt Großstädte, die vormachen, dass das geht. Nehmen Sie mal Kopenhagen. Da fahren heute schon mehr Fahrräder als Autos. Nehmen Sie mal Stockholm oder in Deutschland Freiburg. Wir haben eine Reihe von Städten, die zeigen, Autofahren ist heilbar. Was ist denn das für eine Lebensqualität mit den heutigen Autos? Viele Männer, Männer sind ja noch autoverrückter als Frauen, viele Männer verbringen mehr Zeit im Stau als beim Sex. Soll das Lebensqualität sein? Ich bezweifle sehr, dass das etwas mit Lebensqualität zu tun hat. Meine Damen und Herren, also Rot-Rot-Grün, wenn Sie tun, was in Ihrem Programm steht, ist gut, aber ins Programm und aufs Papier kann man viel schreiben. Entscheidend ist, dass wirklich etwas passiert. Ich habe mal Winfried Gretschmann hatte mich gebeten, mit ihm im letzten Wahlkampf die letzte Veranstaltung mit ihm zu machen, also Freitagabends. Tausend Leute, irgendwo in Lörrach, glaube ich, war das. Und da habe ich ihn gefragt, Stuttgart 21, Sie sind doch innerlich dagegen. Wieso bauen Sie es denn? Er sagte, ja, in der Frage bin ich zerrissen, aber wir haben halt eine Abstimmung gehabt. Dann habe ich ihm gesagt, Herr Gretschmann, was heißt denn Demokratie? Heißt Demokratie nur Mehrheit oder heißt Demokratie auch Wahrheit? Die Abstimmung ist auch, das wissen Sie, viel besser als ich, auf völlig falschen Zahlen hat die Stadt gefunden. Auf völlig falschen Zahlen. Die Leute wurden beschissen. Ich habe ihm gesagt, das bestreitet er ja nicht, dass es falsche Zahlen waren. Dann wiederholen Sie die Abstimmung. Zumindest das kann man fordern. Dass nicht nur Mehrheit, sondern auch Wahrheit zu Ihrem Recht kommt. Und er hat gesagt, ja, man kann doch nicht ständig abstimmen. Das scheint mir zu vordergründig. Auch den Grünen dürfen wir diese halbe, halbe Politik, die sie bisher gemacht haben, nicht durchgehen lassen. Meine Damen und Herren, wie die Bahnreform konkret und praktisch aussehen soll, das wird jetzt Heiner Monheim uns sehr detailliert und meisterlich erzählen. Heiner. Genau. Auch wenn ich ihn den meisten wahrscheinlich kenne, wollte ich ihn doch noch richtig vorstellen. Also Professor Heiner Monheim, Verkehrswissenschaftler, emeritiert an der Uni Trier, aber auch Erfahrungen in vielen anderen Bereichen mit dem Verkehr, früher im Bundesland. Bundesamt für Bauwesen, heute eigenes Institut für Raumordnung, Mitgründer des VCD, lange bei ProBahn aktiv, auch bei Bahn für alle immer noch sehr aktiv und damit eben einer derjenigen, die uns über die politischen Erwartungen an eine künftige Bahnpolitik von Seiten derjenigen, die sich eben mehr Bahnverkehr wünschen, heute glaube ich einen guten Impuls geben kann. Und darüber jetzt bitte Heiner Monheim mit den Anforderungen an eine progressive Bahnpolitik aus ihrer Sicht. Ganz kurz noch zwei, drei Worte zu Bahn für alle. Bahn für alle ist entstanden als großes Bündnis vieler Umweltverbände im Zusammenhang mit den Diskussionen über die geplante Bahnprivatisierung, den Börsengang. Das hat uns damals sehr ungetrieben. An gewissermaßen der Wiege von Bahn für alle stand ein anderes Bündnis, Bürgerbahn statt Börsenbahn. Da waren die vielen Fachleute. Wir waren aber ein kleiner Kreis, 30, 35 Leute. Bahn für alle ist, wenn man die Mitglieder aller Teilverbände addiert, durchaus ein beachtlich großer Rahmen. Allerdings ist Bahn für alle, weil die ganzen Mitgliedsverbände, ich sage mal nur zum Beispiel Attac, als ein Mitgliedsverband eben mit vielen anderen Themen auch hantiert haben, nicht in der Lage permanent nur Bahnpolitik zu betreiben und jede Woche ein neues State-Guthaben zahlen müssen. Die jetzt neuen Bundesländer, damals die alte DDR, hatte Verkehrsverhältnisse vom Model-Split her im Güterverkehr. Da würden wir von träumen. Das entsprach unseren Güterverkehrsanteilen, also über 40, 45 Prozent. Schiene im Personenverkehr, im öffentlichen Verkehr ganz anderer Anteil. Und das ist sofort nach der Wende, nach dem Mauerfall, dramatisch abgestürzt. Also wir haben das eingemeindet und wir haben es verkehrlich, nicht verkehrsgewendet eingemeindet, sondern wir haben es so eingemeindet, dass zunächst mal sehr viele Leute ihre Sehnsucht jahrelang gewartet zu haben auf den Trabi, den Wartburg oder sonst was, durch Ausstieg aus dem öffentlichen Verkehr nachgekommen sind. Die Bahnen, die da auf Verschleiß gefahren wurden, relativ schnell an Stilllegungen das nachgeholt haben, was wir im Westen in den 60er und 70er Jahren schon gemacht haben. Also wir haben einen Motorisierungsgrad, der ist zum Glück noch sehr gering. 80 Prozent aller Mobilität in Afrika geht zu Fuß und dann gibt es Paratransit. Und in solchen Strukturen, wo es alte Bahnnetze aus der Kolonialen denken, die in unserer Autowelt aufwachsen und viele Freiheitsberaubungen erleisen. Wir müssen regionale Gerechtigkeit sehen. Der Rückzug der Bahn aus der Fläche, begonnen in den 60er Jahren, permanent fortgesetzt bis auch jetzt noch. Es sind immer noch im Jahreschnitt ungefähr 500 Kilometer, die vom Netz gehen. Also da zieht sich Bahn, vor allem Güterbahn, auch immer mehr aus der Fläche zurück. Das ist eine fatale Entwicklung, die dieses System natürlich immer weiter amputiert, wenn ich mit dem Bahnsystem am Ende Verkehrswende machen will. Verkehrswende ohne Netz, Verkehrswende ohne, ja, die Möglichkeit, im Fernverkehr, im Personenverkehr, im Güterverkehr, bis in den letzten Winkel reinfahren zu können, wie wir das früher hatten. Noch in den 50er Jahren war öffentliche Mobilität bis in den letzten Winkel möglich. Wir hatten den Bahnbus, wir hatten den Postbus, wir hatten ein 74.000 Kilometer Schienennetz, wenn wir die damaligen Bundesbahnschienen, die Reichsbahnschienen plus die Kreisbahnschienen, die es alle gegeben hat, die kommunalen Schienen, Straßenbahn, Überlandstraßenbahn, wenn wir das alles addieren, hatten wir 74.000 Kilometer. Davon sind jetzt mal schlappe 33.000. Also wir haben das System mehr als halbiert, zu Zeiten, wo eigentlich klar war, die Schienen muss das zentrale Element in der Verkehrspolitik immer sein und unter Verkehrswendeprämissen erst recht. So, das ist zunächst mal ein ganz kurzer historischer Rückblick gewesen, in dem jetzt für die Frage, wie kann es weitergehen, was soll der neue Bahnchef machen, wie soll eine neue Bundesregierung mit dem Thema umgehen. Das Erste klar sein muss, die atomisierte Bahn, die zersplitterte Bahn, wo viele, viele Teile, diese ganzen hunderte von Bahnunternehmen und Töchtern, die da oft nicht miteinander, sondern gegeneinander arbeiten, das muss wieder in einen echten Systemverbund hinein. Wir brauchen als Rahmen dafür einen Deutschlandtakt, der in ganz Deutschland mit einer Systematik eines integralen Taktfahrplans zunächst mal im Personenverkehr funktioniert. Orientieren wir uns an der Schweiz, würde das bedeuten im Fernverkehr, der besteht aus ICE, IC und Interregio, den muss es wieder geben. Im Fernverkehr werden wir in einem Halbstundentakt im ganzen Land fahren müssen, wenn wir halbwegs konkurrenzfähig sein müssen. Und dann muss es daneben natürlich den Güterverkehr auch geben und auch der Güterverkehr muss wie am Schnürchen funktionieren. Das heißt, auch da muss die Idee eines integralen Taktfahrplans drüber liegen, nur mit anderen Taktzeiten. Es ist klar, dass ich für die Berufspendler gerne auf der S-Bahn sowas wie eine Viertelstunde oder eine Zehn-Minuten-Takt in anderen Metropolen der Welt haben wir zum Teil Drei-Minuten-Takt-Systeme im Schienenverkehr. Also ich wäre schon ganz froh, wenn deutsche S-Bahnen mal auf die Zehn-Minuten-Takte kämen. Aber es ist logisch, eine Güter-S-Bahn muss nicht alle zehn Minuten fahren, sondern eine Güter-S-Bahn erreicht es, wenn verlässliche Taktzeiten alle zwei Stunden mal in Güterzucht dazwischen. Das ist schon eine ganze Menge, aber bitte, es muss in allen Knoten laufen. Damit bin ich bei der ersten wichtigen Botschaft. Solange in Deutschland die Knoten, das wissen alle, die Knoten bestimmen die Leistungsfähigkeit des Netzes, solange in Deutschland die Knoten nicht ausgebaut werden, solange wir kein Knotenausbauprogramm haben, der Kölner Knoten ist einer der wichtigsten im deutschen Netz. Seit 35 Jahren kaspert Politik rum und schafft es nicht, dass angefangen wird, den Kölner Knoten wirklich als das zu entwickeln, was er braucht. Knotenausbau bedeutet Kapazität in die Knoten zu bringen, dass möglichst viele Züge gleichzeitig im integralen Taktfahrplan laufen können. Und dafür brauchen wir große Schienenknoten, haben wir in Deutschland etwa an die 60. Kleine Schienenknoten kommen dann nochmal etwa 200 dazu. Und die müssen alle ertüchtigt werden nach Schweizer Logik dafür, dass integraler Taktfahrplan das Ankommen vieler Züge zur gleichen Zeit möglich wird. Und deswegen ist Stuttgart 21 so fatal, weil es das Gegenteil ist. Es ist ein Kapazitätsabbau. Ein Knoten wird nicht ertüchtigt, sondern ein Knoten wird kaputt gemacht. Der ganze Südwesten hat in Deutschland keine Chance mehr, obwohl die Schweiz um die Ecke liegt, wirklich Anschluss an die Philosophie eines integralen Taktfahrplans, der ja über Fernverkehr, Regionalverkehr, Nahverkehr durchdekliniert werden muss. Es hat lange in der deutschen Bahnpolitik, das war zu Miederns Zeiten, die Überlegung gegeben, wir könnten eine Trennung der Netze für die langsamen und die schnellen Verkehre, damit war zunächst mal gedacht, ein Hochgeschwindigkeitsnetz ICE, und dann, ja sagen wir so, der Interregion, der langsamere Fernverkehr und dann noch ein Netz für den Güterverkehr. Ich habe dann immer bildhaft gesagt, eine Autobahn für Porsches, eine Autobahn für VWs und eine Autobahn für Lastwagen. Das ist so die Vorstellung. Es ist klar, in diesem Land, polyzentrisch wie wir sind, ein großes Land, können wir mit integrierten Netzen nur arbeiten. Und integriertes Netz meint, auf diesem Netz muss ein Güterzug, ein Personenzug, ein Fernverkehrszug, ein Nahverkehrszug Platz finden. Und das geht nicht immer mit sechsgleisigem Ausbau, das ist nötig. Aber es geht nur, wenn in diesem Netz die maximale Leistungsfähigkeit durch Weichen und Überholmöglichkeiten, Kreuzungsmöglichkeiten drin ist. Und Herr Medorn hat es geschafft, dieses deutsche Bahnsystem so zu plündern, dass wir heute in dem Gesamtleistungsfähigkeit, wir zählen alle Weichen etc., dass dieses System noch etwa ein Drittel seiner alten Leistungsfähigkeit hat. Wer Schweizer Verhältnisse mit Deutschen vergleicht, muss einfach nur zählen, wie viele Weichen haben die je Kilometer und wie viele Weichen haben wir je Kilometer. Medorn war ein großer Rationalisierer und Sparer und Gruber hat das fortgesetzt. Und ich fürchte, der neue Bahnchef, weil er Finanzer ist, weil er natürlich auch als Betriebswirt zunächst mal auf die Kosten schaut und nicht schaut, haben wir irgendwelche Hausaufgaben klimapolitisch, müssen wir dreimal mehr, fünfmal mehr, zehnmal mehr Fahrgäste kriegen, sondern erstmal müssen wir sparen, damit der Finanzminister ein bisschen was zurückkriegt. Und daraus resultieren dann wieder die üblichen Schrumpf- und Rückzugsprogramme. Für jeder Bahner weiß das eigentlich, die Leistungsfähigkeit der Bahn ist ganz entscheidend, dass sie nicht hinter einem Güterzug hängen bleiben, liegen und dann kriegen sie immer die freundliche Durchsage, tut uns leid, wir kommen nicht weiter, wir müssen jetzt mal hier 20 Minuten warten, ist ein typischer Verspätungsgrund, weil, früher waren da Weichen, weil alle rausgerissen wurden, weil Überholdase rausgerissen wurden. Also, gemischte Netze. Dann brauchen wir natürlich, weil unsere Mobilität sich so entwickelt hat, die Jüngeren werden das wissen oder die, die Enkel haben, werden das wissen, die Zeitstrukturen heutiger Menschen sind völlig anders als die Zeitstrukturen in den 50er und 60er Jahren. Also, Studenten gehen nicht um 10 Uhr schlafen, sondern die sind auch noch um 2 Uhr unterwegs. Also, ein Viertel unseres Gesamtverkehrsaufkommens im motorisierten Verkehr ist Spätverkehr. Und wer dann Nachtzüge vom Netz nimmt, wer dann Schlaf- und Liegewagen gewissermaßen aussourst, der kann diese Schlacht nicht gewinnen. Logischerweise fährt dann alles nachts auf Autobahnen rum und es fährt unter Sicherheitsbedingungen, das wissen wir, der Nachtverkehr ist extrem gefährlich, erstens wegen Alkohol, zwar entzieht man nicht so viel. Also, wir machen dann das Gegenteil von dem, was Verkehrswende sein muss. Also, wir brauchen für eine ambitionierte Verkehrswende-Politik in den Netzphilosophien die Grundidee, wir müssen konkurrenzfähig werden. Und konkurrenzfähig heißt, dass wir in den Reisezeiten, in den Verbindungen, in den Netzen uns orientieren. Also, ich sag mal, wo im ländlichen Raum fünf Autobahnauffahrten sind, aber kein einziger Fernverkehrszug weit und breit irgendwo hält, wo jede Menge Oberzentren vom Fernverkehr abgehängt sind, Mittelzentren schon ewig abgehängt sind. Also, im Prinzip die Aufgabe einer Schiene, die Region zu bedienen, zu erschließen und das Gleiche im Güterverkehr. Wo das alles nicht mehr gewährleistet ist, können wir Verkehrswende nicht machen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, das ist mir klar. Das ist ein ziemlich ambitioniertes Programm. Und in diesem Programm muss die Bundesregierung, wie auch immer sie sich dann zusammensetzt, zusammen mit der Bahn auch über Trassenpreise und Stationspreise nachdenken. Denn wir brauchen ein Anreizsystem, das den Verantwortlichen für die Schiene Appetit auf Schiene macht. Also bitte mehr davon, noch mehr davon, noch mehr davon. Wenn wir aber ein prohibitives Mautsystem, die Schiene ist gestraft mit einem Mautsystem, in dem die Preisstrukturen dazu führen, dass jedes zusätzliche Angebot wehtut. Wie sollen wir da Verkehrswende machen? Also, die Logiken, die in diesem System drinstecken, die Preislogiken, die müssen deutlich verändert werden. So, nun komme ich an den Bereich, wo mich Bahn extrem ärgert, weil Axel Friedrich, den Sie alle vom Dieselgate aus Fernsehen kennen, Axel Friedrich, lange Leiter der Umweltabteilung im Umweltbundesamt, hatte der Bahn vor, mittlerweile ist es zwölf Jahre her, ein 100-Millionen-Lärmschutzprogramm gewissermaßen rübergeschaufelt. Das hat er selber so gemanagt, das war eine tolle Sache. Die Bahn hat diese Gelder ganz lange nicht abgerufen. Und jetzt ist die Frage, was, weil natürlich, wenn Sie die Siegtalstrecke zum Beispiel ausbauen wollen, um da möglicherweise das Mittelrheintal durch alternative Gütertrassen zu entlasten, haben Sie sofort einen Riesenärger mit Bürgerinitiativen. Was, wir wollen doch hier keine Güterzüge. Warum? Weil die Bahn ihre Hausaufgaben im Lärmschutz nicht so macht, wie es nahelege. Also, wir reden dann immer über die Bus-Klotzbremsen und Alternativen. Wir reden nicht über Gummi als Element im Lärmschutz, die gummige pufferte Schiene, die gummige lagerte Schiene, der gummige pufferte Hohlkörper, das sind die Waggons der Bahn, die sind so wie Musikinstrumente, wenn die leer durch die Gegend fahren, sind die natürlich wie jedes Musikinstrument ein Resonanzkörper. Also, es gibt einfache, kostengünstige Dinge. Die Bahn hat zwei, drei Teststrecken, auf denen wir seit fünf Jahren wissen, tolle Ergebnisse, und es passiert nichts. Und das ist die Achillesferse. Wer Bahnpolitik offensiv machen will, wer Strecken reaktivieren will und immer noch mit dieser bescheuerten Eisenbahnbetriebsordnung hantieren muss, in der die Züge morgens um fünf Uhr mit ihrer lauten Pfeife die Leute aus dem Bett heben, sodass die Reaktivierung dann eben nicht geht, weil die alle sagen, sind die bescheuert? Da sind Feldwege und da müssen die Pfeifen wie die Wilden. Und natürlich gibt es viele Feldwege. Also, solche Absurditäten machen uns das Leben mit der Bahn verdammt schwer. Okay, wenn wir das alles sehen und wenn wir dann noch mal gucken, ich will nicht nur über Bahn reden, sondern ich will noch mal deutlich machen, dass die Zukunft natürlich im integrierten Verkehrsverbund, im Umweltverbund liegt. Und der Umweltverbund setzt sich in hohem Maße aus der Kombination von Fahrrad und Bahn zusammen. Herr Medorn hat die Radfahrer gehasst. Ich habe zwei halbe Tage mit ihm ein Streitgespräch in seinem Tower gehabt, wo es um die Frage ging, wie soll die Bahn mit den Fahrrädern umgehen. Damals gab es bei der Bahn noch einen eigenen Fahrradbeauftragten. Das war ein ziemlich motivierter. Und er wollte partout keine Fahrräder im ICE haben. Nicht im ICE 1, nicht im ICE 2, nicht im ICE 3. Irgendwann hat das Publikum gemerkt, das kann man auch mit Faltfahrrädern machen. Die sind Handgepäck. Also sehen Sie heute jede Menge Faltfahrräder in diesen Zügen. Aber das Thema Radstation, die holländische Bahn hat vor 30 Jahren begonnen, an jedem Bahnhof eine Radstation zu machen, um die Kombination von Fahrrad und öffentlichem Verkehr hervorragend zu machen. Wir haben nichts dergleichen. Ich habe als letzte Tat in meinem nordrhein-westfälischen Verkehrsministerium das Programm 100 Radstationen in NRW aufgesetzt 1994. Wir haben davon jetzt wenigstens knapp 90 umgesetzt. Deutschland ist Entwicklungsland, was die Kombination von Fahrrad und öffentlichem Verkehr angeht. Und daraus resultiert auch, dass wir natürlich Bahnpolitik nicht nur als Pufferküsser, in Anführungszeichen, wir sehen immer nur unsere Bahn, sondern Bahnpolitik muss eingebettet sein in eine vernünftige, integrierte Verkehrspolitik. Und ich ende damit, das ist ja wirklich ein Appell an die Politik hier. Ich hatte das Vergnügen in der Schweiz, im Stab für Gesamtverkehrsplanung vor 40 Jahren mitzuarbeiten. Das war der Stab, bei dem dann daraus das Konzept Bus und Bahn 2000 in der Schweiz resultierte, dann der integrale Taktfahrplan, dann die Investitionsoffensive in das ganze Land. Also da war am Anfang eine Gesamtverkehrsphilosophie drin und der Herr Weibel, der Bahnchef war, war bereit, mit allen Verbänden und mit allen Bürgerinitiativen zu reden, also Bahn zum Anfassen, einen Bahnchef zu anschaffen. Und wir sehen, was er erreicht hat. Er hat viele Volksabstimmungen gewonnen für die Bahn, für Geld, für die Bahn. Und wir haben eine ganz andere Kultur des Umgangs mit der Bahn. Und die hatten wir auch noch. Bis in die 50er Jahre hatten wir die auch in Deutschland. Und deswegen wünsche ich mir einfach eine Bahn und Bahnchefs und Bahnmanager, die an ihr System glauben, die offensiv rangehen, die die Streichkonzerte und Streichorgien beenden, die neue Bahnhöfe bauen, die stillgelegte Bahnhöfe reaktivieren, die einfach kundennah sind. Und da baue ich die Brücke zu Herrn Schulz. Herr Schulz war Bürgermeister. Das ist ein Riesenthema für mich. Bürgermeister neigen dazu, geerdet zu sein. Ich habe unter Hans-Jochen Vogel mein Handwerk gelernt, als er in München Oberbürgermeister war. Der war geerdet, der hatte Ideen. Und deswegen glaube ich, dass wenn man die Brücke von Schulzens Interpretation der sozialen Gerechtigkeit mit Blick auf Hartz IV und Agenda 2010, wenn man ihm deutlich macht, dass sie im Mobilitätsgeschehen extreme Gerechtigkeitsfragen sich stellen, dass man in den Kanon das einbetten kann. Und wenn Sie drei, die hier für die drei Parteien stehen, ein bisschen mithelfen, dass die Gesprächslosigkeit, ich leide unheimlich darunter, dass wir Experten und die Politik selten ins Gespräch kommen. Man schätzt sich mal auf irgendeinem Podium und dann ist man wieder weg. Selten. Mit Franz Alt hatte ich mal die Chance, einen Politiker eine ganze Nacht bearbeiten zu dürfen. Und das hat eine Menge bewirkt. Also gönnen wir uns den Abend heute. Ich stehe zur Verfügung. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch an Heiner Monheim. Ich denke, mit diesen beiden Impulsen haben wir eine ganze Menge, worüber wir diskutieren und vermutlich auch streiten können gleich auf dem Podium. Und die Gäste, mit denen wir das jetzt tun wollen, möchte ich ganz herzlich begrüßen. Das ist zum einen Sören Barthol. Er ist Fraktionsvize der SPD, zuständig für Verkehr, unter anderem im Fraktionsvorstand seit 2001 schon im Bundestag. Kommt aus Marburg. Herzlich willkommen. Für die Linke ist Sabine Leidig da, verkehrspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, seit 2009 dort mit dabei. Vorher bei DGB-Attack und glaube ich auch im... Und der dritte im Bunde ist Matthias Gastel, der bahnpolitische Sprecher der Grünen, ebenfalls seit 2009 im Bundestag. Und ja, Entschuldigung. Herr Barthol, ich würde Ihnen, glaube ich, als erstes das Wort geben. Ihre Partei ist ja auch am meisten angesprochen worden. Ich denke, wir müssen jetzt nicht über alles, was Thema war, sprechen. Das würde den Rahmen sprengen. Also jetzt auch noch den Kohleausstieg hier mit zu beschließen, wäre, glaube ich, wichtig. Aber würde ich darum bitten, dass wir bei unserem Kernthema möglichst bleiben, damit wir da auch ein bisschen vorankommen und vielleicht nachher ein bisschen ins Detail gehen können. Und ich wüsste von Ihnen darum gerne als erstes, besorgt Sie das als den Zuständigen für Bahnpolitik in der SPD-Bundestagsfraktion eigentlich auch, dass so diese Umwelt-, Verkehrs-, Klimathemen in dem beginnenden Wahlkampf eine sehr untergeordnete Rolle zu spielen scheinen? Und glauben Sie, dass sich da trotzdem, wenn es zu einem Regierungswechsel käme, in diesem Bereich auch was tut? Ich finde, das ist... Geht das, ja? Ich finde, das ist eine Analyse, die ich nicht teile, weil man kann ja auch nicht erwarten, dass so jemand wie Martin Schulz jetzt alle Themen in eine Rede packt. Also wenn die CDU da vorwirft, er wäre inhaltslos, akzeptiere ich das, weil die merken einfach, dass sie verlieren gegen ihn. Aber man muss trotzdem schon mal genau schauen, was passiert eigentlich. Die SPD hat sich schon im letzten Jahr auf dem Weg gemacht, sich ein Programmprozess verordnet. Da gibt es erste Ergebnisse, die man nachlesen kann, die liegen transparent vor. Das ist noch kein Wahlprogramm, aber das ist der Weg dorthin. Es gibt eine SPD-Bundestagsfraktion, die auch einen großen Schienengipfel abgehalten hat, die ein Konzeptpapier auf den Weg gebracht hat, was auch breit diskutiert wurde und wo ich auch sage, wo es wahnsinnig viel Rückmeldung gab. Wir sind jetzt gerade dabei. Ich gebe zu, das ist nicht ganz trivial, aber wir versuchen das, das Ganze zu finalisieren. Und insofern, es fängt doch jetzt erst an. Es fängt doch jetzt erst an. Wir sind mittendrin. Und ich sage immer so, da frage ich mich, was haben die anderen eigentlich für Inhalte bis jetzt gebracht. Und natürlich spielt das Thema Klimawandel eine herausragende Rolle, weil niemand, es gibt immer noch welche, die glauben es nicht, das stimmt. Aber ich glaube, die meisten Vernünftigen sehen doch, dass das klar ist, dass wir was tun müssen. Es ist auch, glaube ich, jedem klar, auch in der SPD, dass natürlich der Verkehrssektor zu wenig geliefert hat in den letzten Jahren. Das ist außer Frage. Wir sehen allerdings natürlich auch, und da sind wir wieder beim Thema Gerechtigkeit, die großen Schwierigkeiten. Schauen wir uns den Wohnungsbereich an. Wir wissen, wer dort die Energiewende zahlt. Wir wissen es. Es sind die Mieterinnen und Mieter. Das heißt, wir haben an vielen Stellen natürlich Themen, die nicht ganz trivial sind. Und wir erleben, das will ich ja auch mal sagen, neue Technologien, die, ich sage mal, alte klassische Feindbilder auch sprengen können. Die können sie auch sprengen. Was machen wir denn, wenn wir am Ende den CO2-neutralen Lkw-Verkehr haben? Was machen wir denn, wenn nur noch Elektroautos aus wirklich erneuerbaren Energien über deutsche Straßen? Ja, einfach mal nachdenken. Was heißt das dann für das System Schiene? Ist das positiv oder ist das eher eine neue Gefahr? Ich glaube schon, da ist verdammt viel, da passiert gerade verdammt viel. Und ich glaube, wir müssen Antworten finden und die SPD ist auf gutem Wege. Können Sie denn dazu den Antworten aber schon ein bisschen was genaueres sagen? Denn die SPD hat jetzt ja in der letzten Zeit, war an den meisten Regierungen der vergangenen Jahre ja beteiligt. Und diese Entwicklung, die jetzt dargestellt worden ist von Heiner Monheim, dieser Rückgang, den es Bahnverkehr gegeben hat, ist ja während dieser ganzen Zeit eigentlich relativ kontinuierlich weitergelaufen. Was können Sie uns in Aussicht stellen, was passieren würde mit anderen Mehrheiten, um diesen Trend zu stoppen und umzukehren? Hier hat ja gerade jede Partei ihr Fett weggekriegt. Deswegen mache ich das jetzt nicht mit Vergangenheitsbewältigung. Ich glaube, das lohnt sich nicht, weil man immer Beispiele findet, wo sozusagen inkonsequent gehandelt wurde. Man muss doch jetzt anschauen, was haben wir vor. Und wenn ich sehe, dass wir klar sagen als SPD, jawohl, und wir haben das im Bundesverkehrsweg geplant, ich sage das hier auch mal, nicht mit einem SPD-Verkehrsminister, sondern mit einem CSU-Verkehrsminister, glaube ich, schon hinbekommen, das Thema Schiene etwas prominenter abzubilden. Vielen reicht das nicht, okay, aber immerhin, wir haben dort, denke ich, die ein paar Flöcke reingeschlagen. Wir haben auch ganz klar gesagt, es ist eine Frage von Kapazität. Der Taktfahrplan ohne zusätzliche Kapazität wird nicht viel bringen. Wir brauchen Kapazität im Netz. Wir haben das gemacht in den Verhandlungen um die Regionalisierungsmittel. Wir haben das gemacht in den ganzen Fragen der LUV. Auch die nächste LUV, die jetzt kommt, die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die wesentlich ist für die Frage der Qualität von Infrastruktur. Auch dort haben wir ganz klare Aussagen getroffen und wir brauchen, und ich glaube, das ist essentiell und daran haperte es jetzt auch in den letzten Jahren, wir brauchen auch wieder Kapazitäten, politische Kapazitäten im Ministerium. Weil man kann, und da bin ich etwas anders, ich erwarte nicht unbedingt das vom Bahnvorstand, sondern ich erwarte von der Politik, dass sie klare Vorgaben macht, wohin sich 1 zu 100 Prozent im Besitz des Bundes befindliches Unternehmen entwickeln soll und die Wege dorthin und auch die betriebswirtschaftlichen Fragen, die dürfen gerne im Bahntower diskutiert werden. Aber der Weg dorthin, die verkehrspolitischen Leitlinien und Leitplanken, das ist unsere Aufgabe und da sage ich, da muss ein Verkehrsminister auch handeln und braucht dementsprechend auch eine Abteilung, die er nicht hat. Gut, vielen Dank. Ich denke, im Detail werden wir das dann gleich noch ausführlicher diskutieren können. Zunächst mal weiter zu Sabine Leidig. Wie blickt denn die Linke auf eine gemeinsame Verkehrspolitik? Ich habe so das Gefühl, in anderen Themen stehen da ja eher die Gegensätze im Mittelpunkt, in der Sozial- und Finanzpolitik, in der Außenpolitik, wo aufgebaut wird, was alles erst noch passieren müsste, bevor überhaupt da eine gemeinsame Politik gemacht werden kann. Wie ist das in der Verkehrspolitik? Steht man sich da näher beieinander? Also diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil aus meiner Sicht wäre der entscheidende Punkt, das gilt übrigens auch für die Sozialpolitik, dass es einen deutlichen Richtungswechsel gibt. Das heißt nicht, dass man alles auf einmal in einem imaginären Koalitionsvertrag festhalten muss, was sich die Linke vorstellt, aber es muss erkennbar sein, auch beim Thema Verkehr, dass es um eine Verkehrswende geht. Das heißt, man wendet sich etwas zu, aber man wendet sich auch von etwas ab. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, der nicht geklärt ist, also der auch für mich schwer zu erkennen ist, ob beispielsweise oder insbesondere die SPD sich darauf einlässt, zu sagen, wir müssen insbesondere den schädlichen Lkw-Verkehr, auch den Autoverkehr reduzieren und müssen sozusagen Mobilität für alle, mit weniger Verkehr organisieren. Anders geht es nicht. Also wenn man anfängt, Verkehrswende so zu definieren, dass es um neue Antriebe, um die Elektrifizierung von Autobahnen, damit die Lkw künftig damit irgendwas fahren können und so weiter geht, dann ist es keine Verkehrswende, wie wir sie uns vorstellen. Das bedeutet tatsächlich, dass wir weg müssen von schädlichem Verkehr. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich eine gemeinsame Linie sein könnte. Ich glaube, dass es gemeinsame Punkte gibt, was die Weiterentwicklung der Eisenbahn angeht. Aber auch da ist natürlich die große Frage, mit welchen Ressourcen wird das gemacht? Und Sören Bartol hat gerade den Bundesverkehrswegeplan angesprochen. Da kann man natürlich sagen, ja toll, dass da ein bisschen mehr für die Bahn rausgesprungen ist. Aber zugleich sind 50 Milliarden Euro für neue Autobahnen und neue Straßen dort eingeplant in den nächsten 15 Jahren. Und das ist natürlich ein totaler Anachronismus und ein Widerspruch in sich. Ich kann nicht gleichzeitig Lkw-Verkehr und gleichzeitig Güterverkehr auf der Schiene pushen. Also da, finde ich, muss eine Richtungsentscheidung getroffen werden und dann kann man sich über die Geschwindigkeit muss man dann wahrscheinlich verhandeln. Aber wenn Sie jetzt sagen, von so Elektrifizierung von Autobahnen oder auch Hoffnung aufs Elektroauto halten Sie nicht viel, würde mich nochmal interessieren, was ist denn aber dann Ihre Vorstellung, wie viel mehr kann denn auf die Bahn im derzeitigen System eigentlich verlagert werden? Also wenn man jetzt davon ausgeht, 100 Prozent des Verkehrs werden wir nicht auf die Schiene kriegen. Deswegen ist ja die Frage, kriegt man auch den restlichen Verkehr ökologischer? Wie viel wäre denn Ihr Ziel? Was wäre die Vorstellung, wie viel des Verkehrs zukünftig auf der Schiene laufen soll? Naja, also für den Lkw-Verkehr muss man ganz klar sagen, mindestens eine Halbierung bis 2050 ist völlig unstrittig bei allen, die sich ein bisschen mit Klimapolitik beschäftigen. Das gilt übrigens auch für den Automobilverkehr. Und das ist wahrscheinlich noch zu viel. Also wir haben gerade eine Veranstaltung gehabt, wo eine Studie des UBA vorgestellt wurde, da ging es um Sektorenkoppelung, also die Frage, wie regenerative Energie, also wie der Stromsektor mit dem Verkehrssektor verknüpft ist. Und selbst wenn man die Hälfte der heutigen fossilen Fahrzeuge sozusagen schon weggeschafft hat, wobei völlig offen bleibt, wie das gelingen soll, selbst dann würde, wenn man den Rest elektrisch betreibt und dafür regenerativen Strom benutzen will, weil alles andere wäre ja total kontraproduktiv, dann bräuchte man alleine für den Verkehr mehr regenerative Energie, als heute insgesamt Strom in diesem Land verbraucht wird. Und UBA sagt ganz klar, das können wir im Land gar nicht erzeugen. Das heißt, wir müssen regenerativen Strom exportieren aus Afrika oder sonst wo. Also es werden sozusagen neue imperiale Strukturen entwickelt. Das wäre jetzt mal meine Interpretation. Also man lebt weiter auf Kosten anderer. Und da, glaube ich, muss man ganz ernsthaft drüber reden, wie man davon wegkommt. Das heißt auch, dass man dazu forschen muss, dass man Konzepte entwickeln muss, wie man zum Beispiel Güterverkehr systematisch vermeidet. Es wird ja unendlich viel transportiert, was nicht transportiert werden müsste. Also wenn in einem Joghurtbecher, der im Edeka steht, 8.000 Transportkilometer stecken, vor 30 Jahren waren es noch 4.000, dann kann mir niemand sagen, dass das notwendig ist, um eine gute Lebensqualität zu haben. Wenn wir genauso viel Viehfutter nach Deutschland importieren, als wie wir exportieren, oder Zucker, wo kein Mensch den Unterschied merkt, nur weil Konzerne kooperative Kostenvorteile in verschiedenen Ecken Europas ausnutzen, dann ist es keine Produktions- und Lebensweise, die man weitermachen kann, wenn man Gerechtigkeit und Klimaschutz einigermaßen ernst nimmt. Herr Gastel, wie ist Ihre Einschätzung dazu? Glauben Sie, dass die Wünsche und Forderungen, die jetzt hier in den Impulsvorträgen formuliert worden sind, umgesetzt werden könnten, wenn Sie drei hier zusammen die Koalition bilden würden? Also, das ist in der Tat, ich fange das genauso an, wie die Kollegin das gemacht hat, das ist wirklich schwer einzuschätzen, weil wenn man sich diese Verkehrspolitik der Großen Koalition anguckt, ist es im Endeffekt eine einzige Katastrophe. Aber was davon sozusagen CSU ist und was davon SPD ist, ist extrem schwierig. Und wir in der Opposition haben ja auch eine Rolle, die Regierung zu kontrollieren. Wir sind dann uns häufig einig in der Kritik an bestimmten Dingen, ob wir dann genau dasselbe wollen, das ist dann aber noch nicht automatisch damit beantwortbar. Aber ich finde, das Fatale an der Verkehrspolitik ist, dass die Gesellschaft in vielen Teilen weiter ist als die handelnde Politik. Wenn ich mir angucke, so wie sich junge Menschen verhalten, das Auto hat nicht mehr den zentralen Stellenwert, der Führerschein nicht mehr, der wird entweder später gemacht oder gar nicht mehr. Zweiradführerscheine sind schon völlig out. Das bieten schon viele Fahrschulen gar nicht mehr an, weil es sich gar nicht mehr lohnt. Es werden verschiedene Verkehrsmittel miteinander kombiniert. Hauptsache, man kommt zum Ziel. Mit welchem Verkehrsmittel ist nicht entscheidend. Also das heißt, da ändert sich mit der jüngeren Generation viel, was das Mobilitätsverhalten angeht. Aber die Politik macht immer noch die Verkehrspolitik der vergangenen Jahrzehnte. Der Bundesverkehrswegeplan ist das beste Beispiel. Die meisten von hier, der viele, kommen ja wie ich aus Baden-Württemberg. Bundesverkehrswegeplan Baden-Württemberg ist symptomatisch für dieses Werk, das auf 20 Jahre hinaus die Infrastrukturplanung vorgeben soll. Alle vom Land Baden-Württemberg angemeldeten Straßenprojekte sind vom Bund bewilligt und eingestuft worden in den Bundesverkehrswegeplan. Sogar Straßen, die das Land damals noch grün-rot gar nicht möchte, zum Beispiel der Nordostring um Stuttgart, also mehr Straßen als gewollt sind. Von den Schienenprojekten hat der Bund dem Land Baden-Württemberg ein einziges geben wollen. Erst nachdem das Land Baden-Württemberg ohne dafür zuständig zu sein, eine eigene Machbarkeitsstudie für die Gäubahn in Auftrag gegeben hat, mit einem positiven Ergebnis, hat der Bund gesagt, naja, dann können wir jetzt nicht anders, dann stufen wir die Gäubahn ein. Das ist das einzige Schienenprojekt und ansonsten Dutzende, wenn nicht gar über 100 Straßenbauprojekte. Das ist symptomatisch für diesen Bundesverkehrswegeplan. Es sind noch viele Projekte in der Pipeline, die noch gar nicht bewertet sind, aber da zeigt sich eben schon, es hat nicht die hohe Dringlichkeit gehabt, weil man sehr spät eingestiegen ist, diese Projekte für die Schiene erst zu bewerten. Man hätte niemals einen Verkehrsminister der CSU und ich behaupte auch mal der SPD erleben können, der sagt, ich stelle Ihnen jetzt den Entwurf des Bundesverkehrswegeplans vor, wir haben alle Schienenprojekte bewertet und kategorisiert, bei den Straßen sind wir nicht fertig geworden, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber umgekehrt, umgekehrt hat man das gemacht, ohne ein schlechtes Gewissen und rechtfertigt das immer noch, naja, das ist halt mehr Aufwand und das kommt ja dann noch irgendwann. Also, das heißt, ich sehe da schon noch große Unterschiede zwischen den Parteien, wir werden als Grüne im Wahlkampf drei Schwerpunkte haben, der ganz vorne dran steht, ist die Ökologie, da gehört die Energiewende dazu, wir haben die eingeleitet mit Rot-Grün, wir wollen die erfolgreich zu Ende bringen, wir wollen aber jetzt eben auch die Verkehrswende endlich einleiten, weil wir neue Mobilitätsformen brauchen, wir brauchen das aus Gründen des Klimaschutzes, weil sich das Mobilitätsverhalten der Menschen verändert, wir brauchen es, weil wir es uns nicht leisten können, innerhalb von so kurzer Zeit, solche fast schon unendliche Mengen von nicht mehr nachwachsenden Rohstoffen zu verschwenden, für etwas, das viele von uns für Wohlstand halten, aber das aus meiner Sicht Vergeudung ist und da müssen wir einfach wegkommen davon, deswegen ist es bei uns das zentrale Thema auch im Wahlkampf. Dankeschön. Herr Barthol, wenn wir dann noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen würden, dann macht sich ja das, woran man Politik immer am klarsten ablesen kann, sind ja oft die Zahlen, die unter anderem halt auch im Verkehrswegeplan stehen. Gibt es bei Ihnen denn so eine Zielvorstellung, wie eine Umverteilung von Geldern da stattfinden könnte, wenn es das erklärte Ziel ist, den Bahnverkehr zu stärken, also wie viel mehr braucht die Bahn denn eigentlich und wofür würden Sie es vor allem ausgeben wollen? Ist es hier eben die Forderung aufgekommen, weg von den Schnellbahntrassen hin zum Knotenaufbau, ist das was bei Ihnen auch diskutiert wird oder wie sind sozusagen die Strukturfragen, die da sich mit dem Schienennetz, was ja immer noch überwiegend vom Staat finanziert wird, verknüpft sind? Aber da sind wir doch schon viel weiter. Also ich sage mal so, der Deutschland-Takt ist ja jetzt kein Projekt von irgendwelchen kleinen Spinnern, sondern ist glaube ich sozusagen im Mainstream der Bahndiskussion mittlerweile angekommen, wird unterschiedlich intensiv diskutiert, wird auch unterschiedlich bewertet, gerade bei unserem gemischten System, weil natürlich die Frage, wie du Fernverkehr, Nahverkehr und Güterverkehr auf diesem gemischten System mit einem Taktfahrplan versiehst, der auch noch deutschlandweit funktioniert, in diesem Deutschland, in dem wir leben, was dann doch ein bisschen größer ist als andere Länder. Das ist nicht ganz trivial, das geht auch nicht von heute auf morgen, weil um das umzusetzen, brauchst du erst die Kapazität und musst sozusagen die zentralen Knoten auch machen. Das haben wir vor, das haben wir als SPD gesagt, dafür haben wir Grundlagen gelegt im Bundesverkehrswegeplan, dass manche Dinge so ewig dauern wie Knoten, da könnten wir jetzt eigene Veranstaltungen machen, das hat was mit Infrastruktur und Deutschland insgesamt zu tun, Infrastruktur in Deutschland voranzubringen ist nicht ganz leicht, die Leute sind gegen die Straße, aber sie sind auch gegen die Schiene, das kommt immer darauf an, wo sie lang geht, ja, ich habe das alles durch, wenn man im Mittel reinfährt, sie sind die einen da vorne dafür, die anderen dagegen und umgekehrt, es ist immer die Frage, geht das an meiner Haustür lang oder geht das nicht an meiner Haustür lang, da ist alles etwas egoistischer geworden, an das große Ganze zu denken, ist nicht ganz leicht, aber das ist ein Problem, das haben alle Verkehrsträger, nur ich finde die Grundannahme der beiden jetzt etwas schwierig, ich bin absolut dafür, den Bereich Schiene, auch gerade Schienengüterverkehr, der im Moment mit dem Rücken an der Wand steht, deutlich zu stärken, wir müssen was an den Trassenpreisen machen, wir müssen sehen, dass wir es wieder hinbekommen, auch die Zuverlässigkeit zu stärken, aber auf der anderen Seite davon auszugehen, dass wir es schaffen, in absehbarer Zeit den Straßengüterverkehr wegzukriegen, das sehe ich nicht, das sehe ich nicht, ich sehe das einfach nicht, das heißt, ich glaube, ja, ich glaube aber, wir müssen das eine tun und dürfen das andere nicht lassen, wenn ich, ja, ich muss es ausreden, ich glaube, wenn ich, wenn ich Klima, sozusagen klimapolitische Ziele sehe und ich weiß, ich habe mich verpflichtet in Paris zu einem Datum am Endeffekt eine Dekarbonisierung des Verkehrssektors einzuleiten, dann kann ich sagen, ich tue das im Güterfüllbereich, indem ich nur mit dem System China arbeite, ich kann das versuchen, ich glaube, man wird scheitern, deswegen glaube ich, müssen wir gleichzeitig versuchen, auch den jetzt vorhandenen straßenbasierten Verkehr CO2-neutral zu gestalten. Erst mal kurz zu Ende reden lassen, dann. Ja, aber das ist, glaube ich, etwas, wo man einfach gucken muss, dass man das tut und dass das nicht ganz einfach ist, ist klar, nur auch so zu tun, als ob es in Deutschland nicht auch eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens gibt, das ist ja zu Recht gesagt worden, das muss man natürlich auch tun, es kann nicht sein, dass so viele, sozusagen ein oder zwei Mann, Frau besetzte Autos immer noch durch die Straße fahren, da ändert sich aber gerade viel, da muss man auch so ein bisschen gucken, was verändert sich auch in dem Bereich Mobilität, ich sage nur ein Stichwort, autonomes Fahren. die Frage brauche ich noch, ja, aber das wird alles verändern, weil ich glaube, ich besitze dann kein Auto mehr, sondern es gibt Autos, die sind dort, die holen mich ab und ich bin nicht mehr alleine drin und fahre rum, das ist jetzt, ich gebe zu, ein bisschen visionär, aber so wird es kommen und das zeigt sich ja auch im Bereich der jungen Menschen, der Besitz von Auto ist nicht mehr das Statussymbol, was es noch vor 20, 30 Jahren gab und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen vielleicht auch darauf vertrauen, dass gewisse technische Entwicklungen auch dazu beitragen, dass sozusagen auch die Versöhnung der Verkehrsträger vielleicht besser ginkt, als manche denken. Ganz kurze Anmerkung von Herrn Monheim, aber bitte wirklich kurz. Also zwei Dinge, wir haben die Flächenbahnstudie 1993, Dürr war Bahnchef, gemacht, Ernst-Urlich von Weizsäcker und Mitarbeiter und wir haben damals sehr seriös ausgerechnet, dass eine Vesechsfachung im Personenverkehr und Vervierfachung im Güterverkehr auf der Schiene möglich wäre. Wir haben das durchgerechnet und wir haben sofort daraus gefolgert, dann müssten die Investitionsprogramme in das Straßensystem analog zurückgefahren werden. Und die zweite wichtige Botschaft, auch wieder Ernst-Urlich von Weizsäcker, wahre Preise. Also der Joghurtbecher fährt doch durch die Welt, weil Transport nichts kostet. Wenn wir Klimathema in Preise reintun, wenn wir endlich eine Systematik wahrer Preise im Transport einführen, dann ändert sich sofort alles. Die Wirtschaft wird sofort reagieren, dann läuft alles ganz anders. Aber an der Preisschraube darf so ähnlich wie bei der Energiepolitik, wo ja auch immer der Aufschrei ist, um Gott willen, das wird ja teurer. Mobilität soll verdammt noch billig sein. Nein, sie muss teuer werden, sie muss wahre Preise haben und das kann man kommunizieren. Das sind keine Schikanen, sondern das sind eingerechnete Folgekosten. Herr Bartol, ich würde noch einmal nachfragen wollen, weil Sie jetzt gesagt haben, ja, da muss umgeschichtet werden, aber auf meine Frage, wie stark denn, ob man das irgendwie beziffern kann, dass man sozusagen auch eine Hausnummer hat, an der man sich mal orientieren kann. Habe ich jetzt noch nichts gehört. Können Sie da irgendwie was zu sagen zu einer Größenordnung? Wie viel soll denn sozusagen von dem Geld, was im Moment in die Straße fließt, nach Ihren Vorstellungen, stattdessen in die Schiene fließen? Nein, das funktioniert so auch nicht. Nein, das funktioniert so auch nicht, weil ich glaube, wir müssen genau sehen, was sind die Stellschrauben, die wir haben. Und ich glaube, die Stellschraube, die wir haben, ist, dass wir das System Schiene und ich würde ansetzen, zuallererst bei der Frage der Trassenpreissystematik, weil es im Moment einfach keine Wettbewerbsgleichheit gibt. Wir haben Dinge, die nur das System Schiene belasten. Ich glaube, da muss man ran. Da muss man versuchen, sozusagen für gleiche Konditionen zu sorgen. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Da kann man sagen, die harte Variante, wir halbieren die Trassenpreise. Man kann aber auch gucken, fängt man erst im Güterverkehr an, kämpft man sich dann durch. Das muss man ausrechnen. Klar ist, dass wir einiges an Geld kosten. Der Verkehrssektor, das ist ja jetzt auch so, wir können ja hier alle sagen, was wir gerne hätten. Wir sind aber nicht alleine im Deutschen Bundestag. Da gibt es andere Themen, Bildung. Also wir kämpfen immer, um sozusagen ein Stück vom Kuchen des Haushalts. Ich bin ja bereit, das sage ich auch ganz deutlich, auch die SPD ist doch bereit und das haben wir doch auch niedergeschrieben, dass wir sagen, wir müssen wieder mehr Geld in das System Schiene stecken. Das heißt, eine klare, auch sozusagen aktive Schienenpolitik machen und das kombiniert mit der Frage, wie kommen wir eigentlich bis 250 weg vom Öl. Weil ich glaube, dafür braucht es das System Schiene. Wir werden unsere Ziele ohne dahin gestärktes System Schiene nicht erreichen. Ich glaube, der Unterschied auf dem Podium ist nur, tue ich das, indem ich die anderen Systeme in unterschiedlichen Noncen, das Noncen will ich zugeben, komplett wegdränge. Ich bin dafür eine realistische Herangehensweise, weil ich glaube immer, dass wir am Ende das Grundbedürfnis nach Mobilität, was es in der Gesellschaft gibt, von A nach B zu gelangen, das sollten wir nicht unterschätzen. Ich weiß noch, wie viele Leute die Liberalisierung des Fernbusmarktes kritisiert haben, aber ich weiß auch, welche Menschen die Fernbusse nutzen. Und deswegen sind wir auch ganz schnell wieder beim Thema Gerechtigkeit. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, wie kann ich auch Mobilität am Ende für alle bezahlbar halten. Und das ist nicht ganz trivial, finde ich. Vielen leidig. Ich sehe schon, Sie möchten gerne direkt darauf antworten. Ich möchte die gleiche Frage aber gerne auch nochmal stellen. Ich habe hier jetzt im Endeffekt die Antwort gekriegt, mehr Geld muss in die Systemschiene fließen, ohne dass es jetzt eine konkrete Zahl zum derzeitigen Zeitpunkt gibt. Gibt es bei Ihnen eine? Das Tolle ist ja, dass wir eben tatsächlich, wenn wir eine Verkehrswende, wenn es wirklich den Wunsch gebe, das Ziel, den Verkehr ernsthaft weg von der Straße auf die Schiene zu verlagern, dann müsste man natürlich auch das Geld weg von der Straße auf die Schiene verlagern. Und wir haben nicht das Problem, dass wir das irgendwo aus der Bildung oder sonst wo wegnehmen müssen, sondern im Verkehrssystem ist ultra viel Geld aus meiner Sicht zu viel. Wenn man 50 Milliarden einplanen kann für neue Straßen, dann hat man zu viel Geld. das will ich einfach mal sagen. Und wenn man mit 7,4 Milliarden Euro jedes Jahr den Diesel-Treibstoff subventioniert, da hat man zu viel Geld. Ich finde, mit dieser Summe könnte man locker die Trassenpreise halbieren. Das wäre doch überhaupt kein Problem. Und natürlich muss man Transport verteuern. Das ist überhaupt keine Frage. Ich finde nicht, dass man Mobilität verteuern muss. weil es für mich nochmal ein Unterschied ist, wie die Menschen sozusagen zu ihrem Arbeitsplatz, zur Schule und so weiter kommen. Da bin ich der Meinung, man muss Verkehrsverhältnisse schaffen, in denen niemand auf ein eigenes Auto angewiesen ist. Das ist ein ganz zentraler Punkt, dass ich sozusagen überall, egal wo ich lebe, die Möglichkeit habe, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Dann ist natürlich perspektivisch auch sinnvoll zu überlegen, wie kriegt man das hin, dass A und B, die sozusagen die Mobilitätsbedürfnisse hervorrufen, nicht immer weiter voneinander entfernt sind. Also in meiner, in der Zeit, in der ich noch Arbeitsmarktpolitik als DGB-Vorsitzende gemacht habe, war eine halbe Stunde Fahrtweg zur Arbeit die Zumutbarkeitsgrenze. Inzwischen ist die Zumutbarkeitsgrenze bei eineinhalb Stunden. Das heißt, es wird den Leuten einfach zugemutet, drei Stunden unterwegs zu sein, um zur Arbeit zu kommen. De facto legen die Leute immer längere Wege zurück, um ihre Mobilität, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ohne dass sie dadurch irgendwie einen Gewinn haben. Also ich glaube, darüber muss man auch nachdenken. Es ist schwer zu organisieren. Einfacher ist es zu organisieren, Ziele festzulegen, die Halbierung des Lkw-Verkehrs und dann Konzepte zu entwickeln, wie man das erreicht. Wir haben heute im Verkehrsausschuss einen Gesetzesentwurf diskutiert, der jetzt sozusagen in den letzten Zügen liegt, wo ein solches Ziel aufgestellt wurde. Halbierung des Schienenlärms und sozusagen Ende, absolutes Ende der lauten Güterwagen bis im Jahr 2020. Die Schweiz hat es vorgemacht, gibt es eine kleine Ausnahme, damit es EU-rechtskonform ist. Genauso muss man mit solchen Verkehrsthemen umgehen. Man muss sagen, das ist unser Ziel, es muss leiser werden, es müssen weniger Lkw's werden, es müssen weniger Autos werden und dann überlegen wir, wie kriegen wir das Stück für Stück hin. Aber wenn man sagt, wir machen gar nichts, die Technik wird sich entwickeln, dann kommt man nicht zu solchen Zielen. Das sind keine Technikfragen, es sind soziale Fragen, um die es geht. Zur sozialen Frage nochmal kurz nachgefragt. Heiner hat ja gesagt, Transport muss insgesamt teurer werden, weil er zurückgehen muss, auch wenn wir die Ziele erreichen wollen. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Schlagen da dann auch zwei Herzen in der Brust, denn gleichzeitig höre ich auch schon oder könnte ich mir vorstellen, dass es da Kritik dran gäbe, wenn sich jetzt plötzlich Geringverdiener keine Wochenentziehungen mehr leisten könnten, bei der Trans-Ul oder nicht mehr an anderen Orten leben können wie ihre Kinder oder so, weil man nicht mehr ohne weiteres sozusagen jederzeit dahin fahren kann, wo man will, weil die Kosten halt einfach unter anderem auch wegen der Klimabelastung höher werden. Also ich finde es immer schwierig, wenn man sozusagen Verkehr und Mobilität sozusagen in eins packt. Für mich ist erstmal der Transport von Gütern etwas anderes als die Mobilität von Menschen und ich finde, es muss gewährleistet werden, dass jeder die Mobilitätsbedürfnisse befriedigen kann und dazu brauchen wir zum Beispiel Sozialtickets, wir brauchen ein anderes Preissystem bei der Bahn, das natürlich mit der ultra teuren BahnCard 100 und mit diesem ultra komplexen Preissystem auch zu großer Verwirrung führt und wenn Menschen wenig Geld haben, dann brauchen sie eben die Möglichkeit für wenig Geld auch Bahn zu fahren. Das finde ich muss gewährleistet werden. Wir sind im öffentlichen Nahverkehr im Übrigen dafür, dass wir ein Modell entwickeln, Nulltarif für alle zu organisieren, das kann man in Form von Bürgertickets, von Nahverkehrsabgaben und so weiter zu machen. Gutes Beispiel jetzt ist das Land Hessen oder Verdi hat im Land Hessen einen Tarifabschluss gemacht für die 45.000 Beschäftigten des Landes, gibt es ab 2018 ein Jobticket, mit dem sie in ganz Hessen sozusagen zu Nulltarif unterwegs sein können. Also auch das nochmal eine Dimension. Das andere ist der Transport und der Transport, ja, aber das gilt, wenn sie das so diskutieren, dann gilt es natürlich für die Löhne auch, ja, also Löhne sind sozusagen natürlich ein Anteil der gesamten Wertschöpfung und ich finde es völlig richtig, dass wir darum kämpfen, dass die Beschäftigten möglichst viel davon kriegen und das in möglichst sinnvoller Form, also in Form auch, zum Beispiel von Jobtickets. Und geht das auch für den Landverkehr, also jetzt diese Bahncard 100 für alle, was ja bei Bahn für alle zumindest als Fernziel, glaube ich, mit angegeben ist, mit sowas auf regionaler Ebene anzufangen, aber langfristig so eine Art Abgaben- oder steuerfinanzierte Mobilitätskarte für alle, ist das bei Ihnen ein realistisches Ziel? Also, das würde ich jetzt nicht als Ziel ausgeben, weil das ja im Grunde auch so ein bisschen propagiert, möglichst viel weiter Strecken zurückzulegen, was gar nicht unbedingt auch der Wunsch von vielen ist, also dass man mal in den Urlaub fährt, jemanden besucht und so weiter, okay, und dafür muss es bezahlbare Möglichkeiten geben, aber sozusagen permanent in der Gegend rumzureisen, das machen Bundestagsabgeordnete und Manager und so, aber normalerweise machen das die Leute nicht. Und ich möchte aber nochmal was zum Thema Transport sagen, weil das eben ein Unterschied ist. Und wenn man Transporte verteuert und verhindert, dann kann das durchaus auch nochmal eine Dimension erschließen, die das regionale Wirtschaften wieder interessanter macht. Weil wir haben natürlich das Problem, dass ganz viele ortsgebundene Unternehmen, auch kleinere Unternehmen, im Grunde, im wahrsten Sinne des Wortes, unter die Räder kommen, weil ultra billig anderswo produziert und transportiert wird und sich damit sozusagen regionale Wirtschaftszusammenhänge komplett auflösen. Auf der anderen Seite führt es nicht zu einem größeren Wohlstand. Also ich komme aus Nordhessen, die Region, die den größten Anteil an Logistik hat, am gesamten Wirtschaftstun, quasi mit Amazon im Zentrum und darum herum ultra viele, also Bebra als Güterzentral-Umschlag-Bahnhof ist platt, dafür LKW, wohin man schaut. Und zugleich ist es die Region mit dem größten Altersarmutsrisiko, mit dem größten Anteil an Niedriglöhnern, weil diese Jobs einfach total schlecht bezahlt werden. Also es ist sozusagen ein doppelt plünderisches System an Umwelt und an menschlicher Arbeit und ich finde, dass man da zumindest die Dieselsubventionen streichen muss. Also das finde ich, müsste zumindest in einer rot-rot-grünen Koalitionsvereinbarung stehen und im Gegenzug das Elektrifizierungsprogramm für die Bahn endlich umsetzen, weil das ist ja ärmlich. Herr Gastel, wo würden Sie finanziell die Perspektive sehen, wie viel mehr Geld für die Bahn und wofür einsetzen? Sind dann niedrigere Ticketpreise eins der Ziele oder Streckenausbau oder alles und wenn ja, wie viel braucht man dafür? Also ich glaube, bevor man über Geld redet und wie viel notwendig ist, muss man erst mal klären, wofür man das überhaupt haben möchte. Und das allererste ist und das ist ja jetzt auch schon ein Stück weit zunehmend Konsens geworden, wir brauchen die Abkehr von großen, teuren Großprojekten. Also es kommt jetzt keiner mehr auf die Idee, neue Hochgeschwindigkeitsstrecken in Angriff zu nehmen, weil man festgestellt hat, es gelingt damit nicht, mehr Menschen für das Bahnfahren zu gewinnen, weil die sind zwar dann schneller von A nach B, aber sie müssen erst mal nach A kommen und sie müssen dann von B wieder weiterkommen und wenn ich eine halbe Stunde früher irgendwo bin und dann aber 20 Minuten auf den Anschlusszug warten muss und das ist das Prinzip Hochgeschwindigkeit, dann funktioniert es eben nicht. Das zweite ist, wir müssen die Mittel so einsetzen, dass es keine Fehlallokationen mehr gibt, wie beispielsweise bei der LUV 1 in erster Linie gewesen ist, bei der LUV 2 teilweise, also die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, das sind die Mittel des Bundes, die die Bahn bekommt für ihre Strecken, den Bestand zu erhalten und da gab es einfach Fehlanreize, Dinge zu tun, die gar nicht unbedingt notwendig sind und die müssen wir abstellen, also das Geld muss effizient eingesetzt werden und dann ist ganz vorrangig die Behebung von Engpässen. Das ist das A und O, wenn die Engpässe nicht behoben werden, kriege ich weder mehr Güter noch mehr Personenzüge auf die Schiene, dann gibt es keinen Effekt. Ich muss die Knoten ausbauen, ich brauche Überholgleise, damit schnelle und langsame Verkehre sozusagen miteinander klarkommen und sie sich nicht gegenseitig blockieren. Also das ist mal so das ganz, das allererste. Dann, wenn es um die Schiene geht, ich gucke da immer wieder mal nach Österreich oder in die Schweiz. Also in Deutschland wird pro Kopf und ja, werden 57 Euro für die Schiene ausgegeben, 57. In Österreich sind es knapp über 200, in der Schweiz sind es 350. Also das Vielfache. Und ich will gar nicht unbedingt auf die Beträge kommen, aber was deutlich wird, ist die Wertschätzung für die Schiene, die sehr unterschiedlich ist in Ländern, die gar nicht so grundlegend anders sind. Also Österreich oder Schweiz ist jetzt nicht irgendwie ein völlig anderer Kulturkreis. Man kann, wenn man sich konzentriert, die sogar verstehen, was die sagen. Also von daher, da kann man sich schon ein bisschen daran orientieren. So, was wir machen wollen, ist als Grüne zum einen mal die Trassenpreise senken, damit die Tickets etwas günstiger werden, damit der Schienengüterverkehr ökonomisch betrachtet konkurrenzfähig wird zum LKW-Transport von den Gütern auf der Straße. Also das ist mal das eine. So, dann hat die Netzgesellschaft oder die DB Netz, wem auch immer die Netze gehören, zunächst mal Einnahmeausfälle, aber immerhin mehr Kunden, mehr Züge fahren. Das kompensiert sozusagen einen Teil der Einnahmeausfälle. Den anderen Teil wollen wir dadurch kompensieren, dass der Bund mehr Geld über die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung in die Infrastruktur gibt und indem wir aber auch einen Teil der Einnahmen aus den auszuweitenden LKW-Maut-Einnahmen nutzen, damit der LKW Alternativen zu sich selber auch mitfinanziert. Wir haben im Moment die Situation zwischen 2010 und 2015 ist die LKW-Maut um 15% gesenkt worden, die Trassenpreise, also die Maut für die Schiene ist um 15% gestiegen, bedeutet, die Kostenschere zwischen Straße und Schiene ist um 30% zu Ungunsten der Schiene auseinandergegangen. Wenn man das weiß, braucht man sich nicht mehr über die endlos gewordenen LKW-Kolonnen auf den Autobahnen zu wundern und darüber, dass zum Beispiel auch jetzt im vergangenen Jahr der Schienengüterverkehrsanteil gesunken ist um einen halben Punkt. Das ist fatal, eine fatale Entwicklung. Das heißt, zwar die Menge auf der Schiene nimmt zu, was die Güter angeht, aber der Anteil nimmt ab, weil der LKW eben doch mehr zulegt als die Schiene und deswegen muss die Politik hier handeln, sie muss die Schwerpunkte verlegen, sie muss die Investitionen aufstocken, sie muss die Trassenpreise senken, damit es ökonomisch wieder aufgeht. Also das heißt, da gibt es eine Menge Aufgaben für die Politik und ich hoffe, dass es nach der Bundestagswahl im September entsprechende Mehrheiten gibt, die es dann auch umzusetzen. Vielen Dank bis hier. Ich hätte noch jede Menge weitere Fragen, aber ich habe den Eindruck, im Publikum gibt es auch Fragen und Bedürfnis, sich zu beteiligen, wenn ich so die Reaktion teilweise sehe, vielleicht mal, damit ich eine Vorstellung davon kriege, wie viele Leute jetzt im Moment das Bedürfnis hätten, was zu sagen, noch mal ganz kurz alle einmal aufzeigen, die Interesse hätten, eine Frage zu stellen oder eine Anmerkung zu machen. Okay, das geht noch. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt aber trotzdem schon mal die ersten drei Fragen oder mal kurz ans Podium und machen dann gegebenenfalls hier gleich noch weiter. Es muss nicht ganz streng nur eine Frage sein, es darf auch eine Anmerkung sein. Was es bitte nicht sein darf, ist ein Referat, ein Vertrag oder was zu einem ganz anderen Thema. Danke. Ja, bitte, dann fangen wir hier von vorne nach hinten an. Genau, ja. Ja, mein Name ist Bona, Berlin-Brandenburgischer Bahnkundenverband. Ich hätte eine Frage an Herrn Bartol und zwar betrifft das den Bundesverkehrswegeplan. Er ist ja vor allen Dingen ein Webfehler, was den Bahnverkehr angeht, weil ja der Regionalverkehr bei den Berechnungen ausgeblendet worden ist und das hat zur Folge, dass wir hier im Knoten Berlin, wo über 10 Milliarden bisher investiert worden sind, für den Deutschlandtag zwei Engpässe haben. Also wäre es da nicht angemessen, Herr Bartol das Berechnungsverfahren für die Schiene, für alle, Fernverkehr, Regionalverkehr, S-Bahn-Verkehr zu öffnen und der zweite Punkt, dass die übergeordnete Prämisse gewesen wäre, der Deutschlandtakt funktioniert. Ich habe die Diskussion im Bundestag verfolgt. Ich habe da einen leidenschaftlichen Bahnkämpfer gesehen, das war Herr Gastel, der wörtlich gesagt hat, dieser Bundesverkehrswegeplan ist Schienenmobbing und den Eindruck haben wir auch als Fahrgastverband. Herr Bartol, es wäre tatsächlich auch ein gutes Zeichen in die Öffentlichkeit gewesen, wenn die SPD bei dieser Diskussion auch mal gesagt hätte, es ist nicht der große Wurf, aber wir machen es zukünftig besser. Danke. Gut, dann nehmen wir vielleicht eine zweite Frage ganz hinten dazu. Weil dann haben wir es auch noch quotiert. Ja, guten Tag. Hört mich? Ja. Ja, okay. Also ich komme aus Stuttgart. Ich habe es, also so, weil Sie jetzt gerade mit dem Güterverkehrs hatten, wie bewerten Sie denn zusammen die Tatsache, dass der größte Spediteur Schenker ist, der ja der deutschen Bahn gehört? Ja, vielen Dank. Die eine Frage ging direkt an Sie, Herr Bartol, zum Verkehrswegeplan und zum Deutschlandpakt. Wollen Sie da direkt darauf antworten? Die andere ging, glaube ich, an alle, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich kann also mit dem Bundesverkehrswegeplan ganz kurz machen, weil wir nicht auf einen Nenner kommen werden. Da ich ihn mitverantworte, mitgestaltet habe, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD zusammen mit dem zuständigen Bundesverkehrsminister, ich sicherlich nicht über jede Entscheidung, die da drin steht, glücklich bin. So ist das übrigens in jeder Koalition. Sage ich ganz ehrlich, ich kann diese Vorwürfe nicht nachvollziehen, weil man, wenn man sich die Summe auch mal anschaut, die wir ja auch im Bereich der Schiene zur Verfügung stellen, ich nicht finde, dass wir uns da verstecken müssen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der letzte Bundesverkehrswegeplan unter Rot-Grün gemacht worden ist. Ja, aber wenn ich, also ich sage das ja noch dreimal ärgern und ich veröffentliche die Stellungnahme von Baden-Württemberg zum Bundesverkehrswegeplan von Winne Herrmann, dann werden hier alle blass. Doch, aber das ist auch egal. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so scheinheilig wie nur irgendwas. Aber das ist ja auch egal. Ich finde, es ist nicht schlecht. Ich habe das schon mal gesagt, wir müssen die Kapazität stärken, die Knoten, das ist da drin. Und deswegen finde ich, ist das auch kein Problem, was die Frage der Systematik des Bundesverkehrswegeplans angeht. Da kann man mit mir ganz lange sehr intensiv diskutieren, weil es mein zweiter Bundesverkehrswegeplan ist, den ich mitverantwortet habe. Und ich auch der Meinung bin, dass sich die Systematik des Bundesverkehrswegeplans grundlegend verändern muss, weil ich auch glaube, dass in der Art und Weise, wie wir ihn aufstellen, es nicht wirklich Zukunft hat. Das sagt sich jetzt so leicht. Ich weiß auch, wie viel Kreativität und neues Denken dafür notwendig ist. Es gab ja Veränderungen auch in der Systematik, das will ich auch mal sagen, die ich auch sehr positiv bewerte, vom alten zum jetzigen. Also der jetzige ist besser als der letzte Bundesverkehrswegeplan, obwohl er unter Rot-Grün gemacht wurde. Und die Frage von Nahverkehr ist nun mal auch so, Sie wissen ja auch, es gab eine Bahnreform, es gibt getrennte Finanzierungsmittel und deswegen ist das so und das war beim letzten nicht anders, dass Regionalverkehrsstrecken einfach nicht im Bundesverkehrswegeplan sind und natürlich kann man das ändern, aber dafür müsste man sehr viel ändern und sich darüber aufzuregen, verstehe ich nicht ganz, weil es gibt noch, übrigens jetzt in Rekordhöhe, Regionalisierungsmittel und GVFG-Mittel, wo ich sage, es gibt da halt auch andere Finanzierungsquellen. So, da kann man mit mir ganz entspannt diskutieren über die Systematik, aber dass ich jetzt hier sage, der ist schlecht, das können Sie jetzt nicht von mir erwarten, ich habe den mit gestaltet und ich bin im Großen und Ganzen auch zufrieden. Möchten Sie zu einer anderen Frage, ist es sinnvoll, dass die Bahn sich mit dem größten LKW-Spediteur da selber Konkurrenz macht, war glaube ich die Frage, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das sinnvoll? Wenn es auf die Schiene geht, warum macht man dann gleichzeitig sich so breit in diesem Sektor? Naja, die Grundidee war ja eigentlich, die Synergien so zu nutzen, dass am Ende das System Schiene, jetzt mal unabhängig auch von Bahn, dass das System Schiene davon profitiert, dass man auch diese Logistikkomponenten im eigenen Unternehmen hat und dass sozusagen am Ende auch die Gewinne, die daraus gemacht werden, wieder, ich sage das mal, einen schienengebundenen, sozusagen schienengebunden auch bleiben. Und man kann drüber diskutieren. Ich war immer der Meinung, bin es auch bis heute, dass die Idee ist, im Schienenkonzern zu haben, ein guter ist. Man muss nur was draus machen und jetzt können wir sagen, ich finde auch in den letzten Jahren ist im Bereich Güterverkehr von Seiten der Bahn zu wenig geschehen. Es gab da auch Rechtpersonalentscheidungen und Veränderungen im Vorstand. Ich hätte die, wenn ich Bahnchef gewesen wäre, was ich nicht war, auch vorher getroffen, weil die, der Gütverkehr steht jetzt wirklich mit dem Rücken an der Wand. Dort sind fundamentale Fehlentscheidungen auch getroffen worden. Da hat die Politik übrigens immer mit beigetragen, weil sie systematisch die Bedingungen verschlechtert hat für Schienengüterverkehr oder zumindest es zugelassen hat, dass andere Bedingungen besser sind. Das ist alles richtig, das muss man auch ändern und genau das haben wir in unserer Programmatik ja auch drinstehen. Und wir haben übrigens auch der Bahn eine Eigenkapitalstärkung jetzt gegeben, auch aus dem Grunde, um zu gucken, dass wir jetzt die Investitionen, die jetzt notwendig sind, um zum Beispiel Fernverkehrskonzept und andere Dinge auch zu machen, auch geleistet werden kann, weil natürlich die Frage vom Material eine nicht ganz günstige Frage ist und auch die Bahn natürlich sehr viel Geld kostet in den nächsten Jahren und ich glaube, da haben wir auch viel gemacht. Danke. Frau Leidig? Achso, ja, können beide direkt dazu, aber ja, machen Sie. Weil ich, ich habe mich geeinigt, Entschuldigung, ich habe jetzt einfach gedacht, wir ändern mal die Reihenfolge. Okay. Weil ich auch direkt auf Herrn Bartol eingehen möchte, da er ja auch Winne Herrmann und das Land Baden-Württemberg angesprochen hat. Also Knoten seien drin, ist gesagt worden, im Bundesverkehrswegeplan. Stimmt nur insofern, als dass die im potenziellen Bedarf drin sind, das heißt also auf der langen Bank, das heißt, Sie warten noch auf Ihre Bewertung. Doch, das stimmt. Es stimmt. Es stimmt, Sie sind nicht bewertet. Dann sagen Sie mir, bitteschön, wie der Knoten Köln, wie der Knoten Köln beispielsweise eingestuft ist. Er ist nicht eingestuft. Also, drin. Er ist auf einer Warteliste, aber er ist nicht priorisiert, wie sämtliche Straßen priorisiert sind. Alle Straßen sind priorisiert, die Hälfte der Schienenprojekte sind nicht priorisiert. Das ist einfach mal Fakt. Zweitens, GVFG in Rekordhöhe. Stimmt nicht. GVFG-Mittel sind seit 20 Jahren in unveränderter Höhe. Die sind nicht erhöht worden. Neu ist allerdings die Sichtweise einer Bundesregierung, die da sagt, für die Schienenwege, auf denen überwiegend regionale Verkehre stattfinden und wenig Fernverkehr und wenig Güterverkehr, da sind wir als Bund gar nicht zuständig. Das können dann die Länder machen. Das ist eine neue Sichtweise. Das gilt beispielsweise für die Bodenseegürtelbahn, für die Remsbahn, die Murrbahn, die Frankenbahn, also wichtige Bahnstrecken in Baden-Württemberg und das auch nur deshalb, weil die Deutsche Bahn sich aus dem Fernverkehr zurückgezogen hat. Das heißt, die Deutsche Bahn hat eine unternehmerische Entscheidung getroffen, sich mit der Einstellung des Interregios aus dem Fernverkehr auf vielen Strecken zurückzuziehen und für die Bundesregierung hat es dann die Konsequenz, dass dann für die Strecken plötzlich Länder zuständig sind, dafür aber gar nicht zusätzlich Geld kriegen. GVG seit 20 Jahren unverändert, das heißt faktisch, hat an Wert verloren. Die Regionalisierungsmittel sind erhöht worden, aber auch nach langem Kampf und nicht auf das, wo die Länder der Meinung waren, dass sie bräuchten. Das reicht für die Investitionen immer noch nicht, sondern es reicht in erster Linie, um die Mehrbedarfe für zusätzliche Züge finanzieren zu können. Das ist einfach Fakt. Wenn ich das jetzt mal parteipolitisch werte, weil auch gesagt wurde, Rot-Grün damals und damals war der Bundesverkehrswegeplan so und so, auch aus baden-württembergischer Erfahrung, ob ein Verkehrsminister der SPD angehört oder einer der beiden Unionsparteien, macht so gut wie keinen Unterschied. Man muss es einfach mal so sagen, sie sind beide Straßenbau fixiert und wenn es einen grünen Verkehrsminister gibt, dann gibt es zwar eine Menge Konflikte mit dem jeweiligen Koalitionspartner. In Baden-Württemberg war es früher die SPD, jetzt ist es die CDU, aber es gibt andere Richtungen, in die die Verkehrspolitik geht und deswegen ist es ganz arg wichtig. So, auf die Frage von Ihnen, was DB Schenker angeht. DB Schenker erwirtschaftet noch nicht einmal die Kapitalkosten, fährt Gewinne ein, aber nicht ausreichend, um die Kapitalkosten zu bedienen. Es war eine große Fehlentscheidung. Wir sind der Meinung, die Deutsche Bahn muss diesen Konzernteil abstoßen. Die Erlöse braucht die DB dringendst für Reformen, Digitalisierung, Infrastruktur etc. pp. Zumal DB Schenker nur 1,3% seines Umsatzes auf der Schiene macht oder mit der Schiene. Der Rest ist LKW und Luftlogistik. Also das heißt, über 98% sind Straße und Luftfahrt und eben nicht Schiene. Und dann frage ich mich schon, warum ein Schienenkonzern eine LKW-Spedition unterhält oder man kann die Frage auch noch weitergehend stellen, warum muss der deutsche Staat eine LKW-Spedition unterhalten? Das ist doch nicht die Aufgabe eines Staates. Also abgeben, das Geld braucht die Deutsche Bahn dringend. Die Deutsche Bahn sollte sich ja nicht selber Konkurrenz machen. Also ich möchte, was Matthias Gastel gesagt hat, noch ergänzen, was Schenker und den LKW-Verkehr betrifft. Es ist natürlich schon so, wenn man sich vorstellt, die Deutsche Bahn würde tatsächlich Güterverkehr auf der Schiene flächendeckend organisieren, dass es dann möglicherweise für die letzte Meile sozusagen sinnvoll wäre, auch eigene LKWs oder wie auch immer geartete Fahrzeuge zu haben, die jenseits der Schiene unterwegs sind. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern de facto findet Güterverkehr auf regionaler Ebene ja gar nicht mehr statt. Der ist ja systematisch kaputt gemacht worden und im Grunde gilt die Ansage, unter 300 Kilometer lohnt sich das sowieso nicht und lässt sich nicht organisieren. Das Netzwerk Europäische Eisenbahnen sieht das ganz anders. Also die haben dafür Konzepte, es gibt dafür Konzepte und es wäre natürlich die notwendige politische Ansage, genau das zu forcieren, dass Güterverkehr auf der Schiene auch wieder sozusagen im Nahraum selbstverständlich wird. Eigentlich gab es zwei Leute, die sich vorher gemeldet haben, müsste ich als Moderator dann sagen, aber dann gerne. Sonst habe ich jetzt hier die Wahl, ob das Publikum sauer ist oder der Veranstalter, da weiß ich nicht genau, was ich denn dann, was ich schlimmer fände. Jetzt erst mal in der vierten Reihe und dann... Ich finde, wir haben eine Chance, heute ein bisschen was zu dem politischen Richtungswechsel auch zu sagen und es würde mich interessieren, ob das überhaupt so diskutiert wird in diesem Verkehrsausschuss. Wenn wir uns an dem Wort menschengerechte Mobilität mal festhalten, was heißt es denn an den Herausforderungen? Der Franz Alt hat ja versucht, dem Einstieg zu zeigen, welche globalen Herausforderungen wir haben. Öl war der Treibstoff der letzten 50 Jahre nach dem Krieg, ölgestützte Wirtschaft auch in der Mobilität. Auf der Kehrseite Automobilindustrie und Ölindustrie sind zwei Seiten einer Medaille. Wir haben so viel Krieg erlebt im ganzen arabischen Raum, die Verwerfungen, bis heute die Stabilisierung der Straßen, hat alles mit Mobilität zu tun, gesetzt auf das Auto. Wir haben aber nie diskutiert, habe ich nie erlebt, dass sowas im Verkehrsausschuss auch diskutiert wird, bis heute, dass die Leute die Megacity skinnen, weil sie dort meinen, ein besseres Leben zu haben. Aber in Wirklichkeit hängen die Fragen ja so zusammen. Energie, Friedenspolitik. Wir haben heute Flüchtlinge, Millionen, aber es wird nie im Zusammenhang diskutiert in diesen Formen und wir arbeiten immer an den Folgen ab. Aber die Weichen werden nicht am Anfang richtig gestellt. Wir diskutieren hunderte Diskussionen, wie wir die schlechte Bahnpolitik besser machen. Ein Beispiel nur dafür. In der Straßenbahn, wenn ich mit dem Fahrrad fahren will, habe ich Riesenprobleme mit dem Fahrrad zu koppeln, zum Beispiel in der Straßenbahn. Gibt es nicht. Wir fliegen zum Mond, aber dass ich hier in Berlin, in welcher Stadt immer, ein Fahrrad nehme, irgendwo einen reinkomme mit dem Fahrrad und das kombinieren kann, gibt es nicht. Und jetzt ein Punkt nochmal. Wir haben, Schlittert 21 ist ja auch ein Thema. Wenn wir so viel Geld investieren, in einem Punkt, aber in der Fläche dann vernachlässigen, die Zubringer, dann steigen die Leute wieder aufs Auto um und es ist nichts gewonnen. Und deswegen müsste doch der Blick aufs Ganze sein, die Herausforderung weltweit, dass wir nicht in die Megacities, gehe ich nach Kairos, ich sehe alle unsere Autos, Daimler-Benz dort wieder. Aber die Leute kommen, drei, vier, fünf Stunden, sind die an einem Tag, nur von A nach B, zwei Kilometer zu kommen. Sie haben gar keine Alternativen, weil das Auto nach dem Weltkrieg unseren Wohlstand gebracht hat, aber heute ist es ein Problem geworden. Also meine Frage, ganz konkret, ist das ein Thema für die neue Regierung möglicherweise, dass man diese weltweiten, zusammenhängende Herausforderungen so diskutiert, dass wir am Beginn der Kette sind und nicht am Ende ein Verkehr auflösen, den wir schon mit falschen Entscheidungen produzieren. Danke. Dann einmal direkt neben Ihnen und dann in die erste Reihe zurück. Danke. Daran anschließend, Herr Bartol, ich möchte an Sie die Frage stellen, es gibt ja viele hier aus dem Raum aus Süddeutschland, die wegen Stuttgart 21 hier sind, die deshalb heute auch anlässlich der Aufsichtsratssitzung der Bahn hier wieder mal alle drei Monate sozusagen sich zu Wort melden. Ich möchte an Sie die Frage richten, wir haben ja das wichtige Anliegen, dass sich die Politik und der Aufsichtsrat, die ja miteinander in einem gewissen Zusammenhang stehen, auch über die Bundesministerien, die im Aufsichtsrat zu dritt da vertreten sind, dass hier einmal die Krise, die sich durch die Verschleunung von Milliarden Euro unter Weglassung der Umstiegsalternative sozusagen symbolisiert und dass wir sagen, dass es Verschleuderung von Vermögenswerten zu Lasten der Bahn und nicht nur zu Lasten der Bahn, sondern auch zu Lasten der Allgemeinheit, dass wir da noch die drei Komponenten haben, es sind so schwerwiegende Funktionsmängel damit verbunden, nämlich der Anhydrit betrifft die Betriebstauglichkeit mit der Folge von Verkehrsmiseren, die durch Sanierungsbedarfe entstehen, zweitens durch Kapazitätsabbau und drittens durch Verkehrsgefährdungen, die sich aus sechsfach regelwidriger Gleissituationen und Bahnsteigneigungen im künftigen Bahnhof ereignen würden, dass wir immer noch, und da darf ich an die Präsidentenwahl von heute erinnern, der Bundespräsident will ja Mutmacher sein und wir aus der Region haben allesamt den Mut nicht verloren bis heute, dass immer noch eine Wende bei Stuttgart 21 sich ereignen könnte und da, Sie sind etwas verzweifelt darüber, ich sehe es, aber ich möchte trotzdem, ich möchte trotzdem Sie auffordern, Sie auffordern, das ernst zu nehmen, weil wir immer noch dran sind und deshalb die Bitte, auch dazu ein Wort zu ergreifen und das ernst zu nehmen. Danke. Danke. Herr Monheim, kommt von hinten. Also ich möchte erst mal an die drei Politikerinnen und Politiker appellieren, Vergangenheit, Vergangenheit sein zu lassen, nach vorne zu schauen und Leitplanken für künftige neue Bahnpolitik zu diskutieren. Das wäre der erste und dann nicht lange habt ihr damals dies und jenes, sondern es geht in die Zukunft. Und dazu will ich ein paar Fragen stellen. Die erste Frage ist, ist es methodisch und systemat, ich habe ja lange in der Raumordnung gearbeitet mit den früheren Bundesverkehrswegeplänen, methodisch immer schon zu tun gehabt, ist es nicht ganz klar, dass ein Bundesverkehrswegeplan die Aufgabe haben muss, vorher ein Gesamtverkehrskonzept für die Republik zu haben, was nicht nur die Bundesnetze betrifft, sondern was die Rolle und die Zukunft des Verkehrs generell in diesem Lande betrifft. Stab für Gesamtverkehrsplanung in der Schweiz. Das ging allem voraus und daraus wurde alles andere abgeleitet. Also die Frage, ist das methodisch richtig, am Anfang eine verkehrspolitische Grundkonzeption zu haben, aus der später etwas abgeleitet. Nächste Frage, weil hier keine Lust war, Milliarden durch die Gegend zu schmeißen, ist es richtig, dass für ein Zukunftskonzept gerechnet werden muss? Das werfe ich der Bahn vor, das werfe ich dem VdV als dem größten Verband des öffentlichen Verkehrs vor, dass niemand den Investitionsbedarf einer Verkehrswende in Deutschland mit Variationen, Halbierung des Autoverkehrs oder sowas, es laufen im Moment zwei Studien, die demnächst Furore machen werden, die Baden-Württemberg-Stiftung macht eine Studie, die Hans-Böckler-Stiftung macht eine Studie, wo der Investitionsbedarf und auch die Arbeitsplatzeffekte einer Verkehrswende gegengerechnet werden. Ich finde es fatal, dass das nicht geschieht. Ich habe allen Bahnchefs immer wieder vorgeworfen, dass sie die Frage, was brauchen wir eigentlich, wie müsste Bahn aussehen, damit sie die Aufgaben erfüllen kann, das hat nie jemand gerechnet und ich kann nicht verstehen, dass die Politik diesen Auftrag nicht mehrfach einfach an von mir aus zählen verschiedene Gutachten, aber im Prinzip muss man das wissen. Daraus anschließend die nächste Frage, da der Güterverkehr als regionaler Güterverkehr, das hat Sabine Leidig betont und die Grünen haben das früher auch immer beklagt, im Wesentlichen sich die Bahn aus dem regionalen Güterverkehr zurückgezogen hat, aber 80% aller LKW-Fahrten sind regionale LKW-Fahrten. Also das ist der Güterverkehr, der auch die Autobahnen verstopft. Das ist eben nicht Stockholm-Rom, sondern das ist nördliches Ruhrgebiet, südliches Ruhrgebiet und östliches Ruhrgebiet, westliches Ruhrgebiet. Wir haben eine extrem hohe Belastung unseres Straßennetzes mit regionalen Güterverkehren, wo schon Medorn und schon Dürr immer gesagt hat, die Bahn kann nicht an jeder Kanne halten und wir wollen Ganzzüge und der Rest interessiert uns nicht. Das ist das Todesurteil für die Zukunft einer Güterbahn, die nur in der Fläche und in der Region verankert funktionieren kann. Ohne das wird sie immer eine marginale Rolle spielen. Also es ist schlicht und einfach die Frage an die drei, können Sie sich vorstellen, dass Sie ein politisches Statement gemeinsam vereinbaren, die Güterbahn der Zukunft muss regional verankert sein, die Güterbahn der Zukunft muss in der letzten adäquat bedient werden und da darf dann nicht nur der Ganzzug, sondern da müssen so Dinge wie Güter Regionalbahn, Güter S-Bahn, Cargo Sprinter und was da so alles dazugehört, müssen da reingehen. Die nächste Frage betrifft die Rolle. Wir müssen aber auch noch Zeit für die Antworten einplanen. Ja gut, aber es war ja auch ein bisschen unsere Hoffnung, dass Sie ins Gespräch kommen. Die letzte und zentrale Frage, gucke ich Winfried Wolf an, muss die Bahn ein Global Player sein? Wie wichtig ist, dass Wladivostok, Madrid die Bahnchefs umtreiben, wie wichtig ist, dass wir in Kanada und sonst wo alles investieren und welche Hausaufgaben hat ein Bahnkonzern primär in Deutschland seinem Eigentümer gegenüber zu machen? Ich mache selber die Fußnote, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es ein Subunternehmen Bahn International oder sowas gibt, was von mir aus eben am Südpol oder sonst wo Schienenverkehr macht, aber bitte nicht mit dem Geld, was wir dieser Bahn geben, sondern mit Geld, was auf globalen Märkten zu verdienen ist. Diese Fragen müssen aus meiner Sicht am Anfang einer Verständigungsdebatte stehen, damit Sie von da aus dann die späteren Fragen ableiten können. Gut, ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen gesehen, die ich gerne noch schnell mitnehmen würde, bevor wir dann eine Antwortrunde machen. Das eine war Franz Alt und das andere war dort die... Danke. Mich wundert, dass wir den ganzen Abend um eine zentrale Frage, Henning Zierock hat ja von den Zusammenhängen gesprochen, noch nicht geredet haben, auch ich nicht, bei meinem Eingangsstatement fällt mir gerade ein, dass die Sicherheit, die für jeden Verkehrsteilnehmer ein zentrales Thema ist. Wir haben in Deutschland auf unseren Straßen tausende Tote. Wir haben hunderttausende Verletzte auf den Straßen. Das ist auf der Bahn völlig anders. Ich habe, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf der Bahn eine Sicherheit 1 zu 70 Mal mehr als im Auto. Für mich ein zentraler Punkt, mein Auto verkauft zu haben vor zehn Jahren. 1 zu 70. Ich habe jetzt eine Zahl gelesen, die hat mich beinahe umgehauen. Hat mir einer meiner Zuhörer in meinen Vorträgen mal gesagt, ich konnte es nicht glauben. Habe es im Internet recherchiert und es ist so. Was denken Sie, wie viele Tote gab es auf den Straßen der Welt seit 1945? Alles falsch. 120 Millionen Tote. Mehr als zweimal Zweiter Weltkrieg. Jedes Jahr drei Millionen neue dazu. Das ist im Moment der Blutzeug im Stabil. Dann kommen Sie gut auf diese Zahl. Wir haben ja 70 Jahre oder so ungefähr nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie viel? Drei Millionen kommen dazu. Also zur Zeit sind es noch mehr sogar. Also 120 habe ich im Internet recherchiert. 120 Millionen Tote. Das heißt, wir haben auf den Straßen das Auto Wieso ist der neue Krieg? Das sind die neuen Panzer und die neuen Atomraketen. Wieso ist das kein Thema? Wieso macht die Politik oder auch die Bahn das nicht zum Riesenthema? Es ist ein großer Vorteil für unsere aller Sicherheit und Gesundheit. Bitte, Hunderttausende Verletzte bedeutet Tausende Rollstuhlfahrer, die wir gar nicht sehen, weil sie aus ihren Wohnungen kaum noch rauskommen. Das alles ist ein zentrales Thema. Populär dazu. Also Bahnpolitik über Verkehrspolitiker und Bahn müssten das doch zu einem riesigen Thema machen. Okay, dann gucken wir jetzt gleich, ob sie das noch tun. Alles klar, dann nehme ich jetzt als letzte Wortmeldung noch in der vierten Reihe und dann müssen wir glaube ich zu Antworten kommen, weil um halb sie auch los, also sonst kommen wir nicht mehr zum Antworten. Sorry. So, mein Name ist Gerd Piel, VCD Nordost, Arbeitsgemeinschaft Verkehr 2050. Die erste Frage geht an alle drei Politiker und zwar, was wollen sie für die Einhaltung der CO2 und NOx-Grenzwerte tun? Und die zweite Frage geht an Herrn Barthel aus Marburg und Berlin, wie Sie vor Jahren sagten, ganz speziell. Machen Sie doch mal bitte den Wählern mal klar, wo der Unterschied zwischen Ihnen und Alexander Dobrindt ist. Ich sehe aus Ihren heutigen Äußerungen nicht viel. Warum soll eigentlich jemand, der die Verkehrswende will, ausgerechnet SPD wählen? Gut, das war jetzt eine Menge und ich denke, wir versuchen das mal am Block jetzt zu machen. Das meiste ging an Sie, möchten Sie einsteigen, Herr Barthel? Sie haben nicht mitgeschrieben, ich kann Ihnen die Stichworte nochmal sagen, brauchen wir ein Gesamtkonzept, muss man nicht vorher rechnen. Wenn man wissen will, wie viel man braucht, das war die Frage, die ich mir auch so ein bisschen, die Verhandlung stelle ich mir schwer vor, wenn man gar nicht mit einer Zahl irgendwie mal reingehen kann. Güterverkehr wieder regionalisieren, ist das was, worauf Sie sich hier alle drei einigen könnten? Braucht man die Bahn als Global Player? Welche Rolle spielen für Sie die Verkehrstoten und Verletzten? CO2-NOX-Grenzwerte und der wichtigste Unterschied zwischen Ihnen und Herrn Dobrindt? Nein, Sie haben drei. Ich habe drei Minuten, genau. Das ist echt die Frage. Also ich muss sagen, ich steige aus, wenn ich Autos mit Atombomben vergleichen soll. Deswegen lasse ich das einfach mal weg, weil ich glaube, wir sollten jetzt schon ein bisschen sachlich bleiben an der Stelle. Man muss das Auto nicht mögen, man muss das Auto nicht mögen, aber Krieg mit Autos zu vergleichen, finde ich sehr schwierig, weil es hat einfach andere Dimensionen und es verharmlost Krieg. Aber das ist egal jetzt, sondern jetzt versuche ich zu antworten auf die anderen Fachfragen. Der erste Frage ist, brauchen wir Gesamtkonzept? Ich bin dabei. Ich habe ja gesagt, ich stelle mir schon vor, dass wir das, was wir jetzt unter Bundesverkehrswege, Plansystematik machen, einfach aufweiten müssen. Wir brauchen Mobilitätspläne, wir brauchen netzorientierte Mobilitätspläne. Das muss weit über das hinausgehen, was wir jetzt dort drin haben. Ich rede für die SPD. Ich rede einfach nur für die SPD. Das fällt dann einfacher, weil obwohl man sich dann einigen kann, das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Dafür muss die Wahl erstmal vorbei sein. Die nächste Frage ist Güterverkehr. Ich glaube, ich habe jetzt mehrfach deutlich gemacht, dass auch ich sage, wir müssen den schienengebundenen Güterverkehr stärken, massiv stärken, weil wir ihn brauchen, um Klimaziele zu erreichen und weil wir ihn auch brauchen, um Lebensqualität zu erhöhen. Da sind wir relativ nah beieinander und ich glaube, die Frage wird immer nur sein, wie erreichen wir das? Erreichen wir das über die Verbots- und Verteuerungsschiene, über sozusagen das Verändern unserer gesamten Wirtschaftssystems? Da kann man alles drüber auch wieder lange diskutieren. Ich habe ein bisschen andere Ansätze. Ich glaube, dass zum Beispiel das Thema Digitalisierung und Güterverkehr einen enormen Schub bringen wird, weil es die Kostenstruktur des schienengebundenen Güterverkehrs massiv senken kann. Das ist nicht nur automatische Kupplung, sondern es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge. Die ganze Automatisierung, die Digitalisierung von Prozessen wird dem schienengebundenen Güterverkehr, wenn man es tut und wenn man da Geld in die Hand nimmt, deutlich voranbringen und ich glaube, das wird dann sozusagen auch Einzelwagenverkehren und anderen Dingen wieder massiv zugutekommen. Das wäre mein Weg, der andere Weg wäre nicht meiner. Und dann die Frage, was sich von Dobrin unterscheidet, das ist doch jetzt wirklich, also in so einer Runde... den Verkehrswegeplan so massiv verteidigt. Da könnte man nochmal die Unterschiede... Was hätten Sie denn anders gemacht, wenn Sie ihn ohne Herrn Dobrindt gemacht hätten? Nein, das Schöne ist, ich weiß ja, wie der Verkehrswegeplan aussehen wird ohne SPD in der Bundesregierung. Okay. Und alleine das ist schon für mich Grund genug zu wissen, warum es gut ist, dass die SPD diesen Bundesverkehrswegeplan mitgestaltet hat. Und da sieht man alleine schon daran, dass die SPD für 16 Bundesländer Verantwortung übernimmt und natürlich eine Partei, die vor allen Dingen aus einem Bundesland gespeist wird, ganz andere Interessen hat und ich könnte das in ganz vielen Bereichen weiter fortführen. Natürlich haben wir da ein anderes Interesse, nur auf der anderen Seite, was der Unterschied für mich ist, vielleicht auch zu der Diskussion hier, für mich wird es eine Mobilitätswende, eine Verkehrswende nur geben, wenn wir sie gerecht gestalten. Wenn wir sie so gestalten und das, tut mir leid, gilt auch für die Energiewende und das ist eines der Hauptproblempunkte, wenn sie am Ende auch akzeptiert wird und auch wirklich von den Leuten gewollt und sozusagen gelebt wird. Nur dann wird sie funktionieren und deswegen glaube ich, es sind gerade Sozialdemokraten in dem Spannungsverhältnis sozusagen zwischen der radikalen, harten Position und alles schnell und dem, was ist machbar und wie kommen wir voran, genau die richtige Wahl, weil nur so die Gerechtigkeitsfrage nicht aus dem Ruder läuft, weil mir ist es schon wichtig, dass auch Menschen mit wenig Geld von A nach B kommen und diese Idee, da könnte man für alle kostenlose Tickets anbieten. Ich habe auch mal für den kostenlosen Nahverkehr lange, lange gekämpft und diskutiert, aber ich weiß immer, es gibt immer einen, der es auch zahlen muss. So und, ja, die Studenten zahlen es zum Beispiel über ihr Semesterticket, das ist eben nicht kostenlos. Die können zwar in Hessen von Heidelberg runterfahren, von Heidelberg hochfahren bis Göttingen, aber es ist nicht kostenlos, sondern sie zahlen einen nicht unerheblichen Beitrag, aber das hat sehr gut funktioniert und ich bin auch begeistert davon. Ich war ein Student in Marburg, das Größte, ich glaube, es gibt keine andere Uni, wo man so weit mit dem Zug fahren kann, als wenn man in Marburg studiert, aber dementsprechend haben sich natürlich auch die Kosten damals für das Semesterticket und für die Rückanmeldung auch vervielfacht, aber das ist ja okay, über sowas muss man diskutieren, da muss man Dinge attraktiver machen, das hat mit Preissystemen zu tun, gar keine Frage, aber so zu tun, als ob man erst die Weltrevolution macht und dann die Verkehrswende, schwierig. Was ich eben noch vergessen hatte bei der Liste, war das Stichwort Stuttgart 21. Mögen Sie zu der Frage, sehen Sie da noch eine Perspektive, dass man da nochmal drüber nachdenkt? Ich glaube, dass Stuttgart 21 einfach ausdiskutiert ist, das tut mir einfach leid. Ja, das mag mir jetzt keine Sympathien bei zwei Drittel eingeben, ich glaube, dass in Stuttgart 21 und es gab, ja, ich meine, da kann man sich an die baden-württembergische Landesregierung wenden, dass sie das ganze Projekt stoppt und nicht will. Ja, aber die SPD ist ja nicht in der baden-württembergischen Landesregierung und ich kann mich erinnern, den letzten Schritt, den letzten Schritt hat eine grün-geführte Landesregierung gemacht. Ich meine, es bringt nichts, dieses Projekt ist jetzt auf dem Weg, dieses Projekt ist von vielen nicht gewollt, von einigen ist es gewollt, aber mag ja sein. Ich meine, Sie müssen das jetzt akzeptieren, wenn ich sage, dass für mich Stuttgart 21 nicht umkehrbar ist, das müssen Sie nicht toll finden, aber Sie müssen das akzeptieren. Ja, dann können Sie auch die Grünen nicht wählen, dann weiß ich nicht, was Sie wählen, die CDU können Sie nicht wählen, dann müssen Sie irgendwas anderes wählen, können Sie FDP oder so wählen. Okay, dann geben wir die Fragen, zumindest diejenigen, von denen Sie sich angesprochen gefühlt haben, ich wiederhole sie jetzt nicht nochmal alle, aber nochmal weiter an Sabine Leidig. Also ich würde gerne was zu Stuttgart 21 zuerst sagen, weil in dem Moment, wo wir anfangen, von Alternativlosigkeit zu sprechen, geben wir auf, Politik und Wirklichkeit gestalten zu wollen und ich finde, das wäre total schade und de facto ist es natürlich so, dass nicht das Land Baden-Württemberg hier am entscheidenden Hebel sitzt und auch nicht die entscheidenden Lasten wird tragen müssen, die werden die Menschen in Stuttgart tragen, aber finanziell ist natürlich der DB-Konzern sozusagen derjenige, der da reinbuttern muss und deshalb ist der Bund als Alleineigentümer des Konzerns natürlich in der Verantwortung dieses Projekt zu stoppen und umzuwandeln in ein sinnvolles Projekt und das ist möglich. Also das halte ich wirklich für eine fatale, ein fatales Signal zu sagen, da geht nichts. Das heißt, die Aussage von Herrn Barthor, dass der Zug aus seiner Sicht abgefahren ist, dass das Projekt zu weit ist, um es noch zu stoppen, teilen Sie nicht? Ne, das teile ich nicht. Also es ist, man muss wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, um das Projekt aufzuhalten, so schnell es geht, weil es wird nicht realisiert werden können. Also es wird zu einer Dauerkatastrophe werden und das, finde ich, muss man verhindern. Es ist einfach nicht verantwortlich. Wäre das für die Linken eine Bedingung in der verkehrspolitischen Einigung auf Bundesebene? Also falls es zu einer solchen Einigung kommen sollte, wäre aus meiner Sicht die Bedingung, dass es die Bereitschaft gibt, die Richtung zu ändern. Und dazu gehört auch Stuttgart 21, dazu gehört aber auch, dass man einen solchen sozusagen vom Bundesverkehrswegeplan oder Mobilitätsplan, von dem dann ein Bundesverkehrswegeplan abgeleitet werden soll, wie Sören Barthol sagte, dass auch in einem solchen Mobilitätsplan eine Richtung erkennbar sein muss. Also das darf nicht nur heißen, wir bauen mehr Straßen und mehr Schienen, sondern es muss heißen, wir wollen schädlichen Verkehr reduzieren und dafür muss man Maßnahmen ergreifen. Das wäre für mich eine Bedingung dafür, dass man verkehrspolitisch irgendwie gemeinsam arbeiten kann. Und da möchte ich auch noch mal was sagen, was die Investitionsbedarfe und quasi das, was da eigentlich entwickelt werden muss, betrifft. Das würde für mich auch heißen, dass man den DB-Konzern anders aufstellen muss, weil wir haben ja die fatale Situation, dass seit Jahren, seit im Grunde der Börsenkurs eingeschlagen wurde, Bahnchefs am Ruder sind, die überhaupt keine Anforderungen in die Richtung haben, sondern im Grunde daran mitwirken, dass die Bahn in ihrer Bedeutung und in ihrer Praxis geschwächt wird. Und ich erinnere mich an Anhörungen, zu denen Bahnchef Grube noch im letzten Jahr eingeladen wurde, wo explizit die Frage gestellt wurde, was haben sie denn für Forderungen oder Wünsche an die Politik? Und er sagt, keine. Und das ist absolut nicht tragbar. Wir bräuchten jemanden an der Spitze der Bahn, der aktiv ist für mehr und bessere Bahnen. Das ist für mich der entscheidende Punkt und damit ist natürlich auch verbunden die Frage, welche sonstigen Geschäfte werden da noch betrieben? Und als Global Player mit Betriebswirtschaftern, Juristen und so weiter an der Spitze lässt sich eine gute Bahn für alle nicht entwickeln. Das, finde ich, wäre auch nochmal so ein Punkt, den man verabreden müsste, dass sich auch in der personellen Besetzung was ändern muss, das zum Ausdruck kommen muss, dass es wirklich darum geht, eben die Bahn ins Zentrum einer Verkehrswende zu stellen. Dazu gehört dann eben auch eine Güterbahn, die regional ausgebaut wird. Ich glaube, das ist der Punkt, wo es jetzt der, also der erste, wo ich sagen würde, da gibt es irgendwie eine Verständigung hier auf dem Podium. Ich möchte nochmal was sagen zu der Frage der Gerechtigkeit. Ich finde es ja völlig richtig, die Frage der Gerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. In unserem Programm ist die Überschrift gerechte Verkehrsverhältnisse schaffen, aber genauso wie bei der sozialen Gerechtigkeit es notwendig ist, sozusagen die andere Seite in den Blick zu nehmen. Also ich kann nicht über Armut sprechen, ohne über Reichtum zu reden. Und wenn ich sozusagen gerechte Verhältnisse schaffen will, dann muss ich auch dafür sorgen, dass es eine Vermögenssteuer gibt, dann muss ich dafür sorgen, dass es Erbschaftssteuern gibt und so weiter. Wenn ich über Klimagerechtigkeit rede und über Klimageschichten, dann darf ich nicht nur darüber reden, wie hoch die Energiepreise für die Verbraucher gewonnen sind, sondern dann muss ich auch darüber reden, dass für zig Milliarden Euro energieintensive Unternehmen gesponsert werden. Und das ist natürlich, das produziert die Ungerechtigkeit in der Energiewende. Und wenn man darüber nicht redet, dann kann man auf der anderen Seite sich sozusagen immer nur verschanzen und verstecken hinter der Gerechtigkeitsfrage und damit sozusagen dann gar nichts mehr tun. Und wenn ich über gerechte Verkehrsverhältnisse rede, dann muss ich eben über die Subventionierung von schädlichem Verkehr reden, weil man sonst eben nicht zu einer vernünftigen Finanzierung von alternativen Mobilitätsmodellen kommen kann. Also das sind zwei Seiten einer Medaille. Und den letzten, einen letzten Punkt möchte ich noch machen, wir werden nicht durch einen Regierungswechsel zu einer Verkehrswende kommen. Dazu braucht es zivilgesellschaftliches Engagement, dazu brauchen wir im Grunde einen Aufbruch für Verkehrswende. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit Dirk Pflege von der Allianz Pro Schiene, die eigentlich in der Zusammensetzung mit Umweltverbänden, mit NGOs, mit Bahnunternehmen und so weiter eine gute Voraussetzung dafür hätten, ein Akteur in einer solchen Verkehrswende Offensive zu werden, aber nicht nur, dazu gehören viele und ich glaube, dass das was ist, was man sich irgendwie selber auch nochmal auf die Fahnen schreiben muss als außerparlamentarische Akteure. Also die Regierung, egal wie sie aussehen wird, wird das nicht richten. Nicht alleine. Nicht alleine. Okay, also ich fange mal bei Stuttgart 21 an. Ich meine, ich habe natürlich mit der Frage gerechnet. Damit es klar ist, weil da manche Dinge ein bisschen durcheinander gebracht wurden. Also Bauherrin ist die Deutsche Bahn AG. Es ist ein politisch gewolltes Projekt, kein Projekt der Deutschen Bahn, deswegen ist auch die Deutsche Bahn da als Gegner und Adressat von Kritik meistens falsch, sondern die Politik wollte es, der Bund wollte es, die damalige schwarze Landesregierung mit der FDP wollte es und der Verband Region Stuttgart, die Stadt Stuttgart, überall parlamentarische Mehrheiten, die wollten es, die haben es durchgedrückt und die haben es auch 2013, da hat es der Bund mit seinem Einfluss auf den Aufsichtsrat weiter durchgesetzt. Das war damals der Zeitpunkt auf 6,5 Milliarden Euro die Kostensteigerung. Das wäre der Zeitpunkt für den Ausstieg gewesen. Da hätte man es noch gut machen können. So, Grüne und Baden-Württemberg. Grüne hatten damals 2011 ein gutes Ergebnis, einen klaren Regierungsauftrag. Es gab aber keinen Koalitionspartner, der auch gegen Stuttgart 21 war. Mit der SPD kam die Koalition zustande, in der man sich geeinigt hat, dass man gesagt hat, wenn wir uns nicht einigen in Sachen Stuttgart 21, legen wir die Frage, ob das Land die 930 Millionen Euro bezahlen soll oder nicht bezahlen soll, Stichwort Finanzierungsvertrag, in die Hände der Bürgerinnen und Bürger des Landes Baden-Württemberg. Das Ergebnis kennen wir. Falsche Basis. Wir sollten bitte aufpassen, da keine Legenden zu stricken. Denn die Leute glauben immer das, was sie glauben wollen. Die einen glauben, dass die 4,5 Milliarden reichen. Die anderen sagen, mir ist das auch 10 Milliarden wert. Es gab genügend Leute an den Infoständen, die gesagt haben, bevor das Geld woanders hinfließt, in andere Bundesländer, bauen wir es lieber. Da gab es sehr individuelle Gründe, weshalb die Leute mehrheitlich gegen das Ausstiegsgesetz gestimmt haben. Jetzt haben wir die Situation, die 930 Millionen Euro bezahltes Land. Es waren damals 930 Millionen von 4,5 Milliarden Gesamtkosten. Heute sind es 930 Millionen von offiziell noch 6,5 Milliarden Euro Gesamtkosten. Das heißt, aus Sicht des Landes hat sich damit auch nichts geändert. Der Betrag, den das Land bezahlt, sofern es nicht von einem Gericht zu etwas anderem verdonnert wird, ist der gleiche geblieben. Und damit gilt das Ergebnis der Volksabstimmung des Landes gebunden daran, dieses Geld zu bezahlen. Ja, dann waren es 4,9 und jetzt sind es offiziell 6,5. Aber es ging um die Frage der 930 Millionen, weil logisch ist, dass die Menschen in Baden-Württemberg nicht über die Gesamtkosten entscheiden konnten, sondern über das, was Baden-Württemberg bezahlt. Das war zur Frage gestellt worden. So, ich glaube nicht, dass Stuttgart 21 politisch zu stoppen ist. Glaube ich nicht. Und das Umkehrkonzept sieht eben voraus, dass es einen Kopfbahnhof gibt und nicht einen Durchgangsbahnhof. Das ist eine zentrale Änderung gegenüber dem Finanzierungsvertrag, an den Baden-Württemberg durch die Volksabdimmung gebunden ist. Ich glaube allerdings auch nicht, ich glaube allerdings auch nicht, dass der Bahnhof in seinem Gesamten so gebaut wird, wie es geplant wird, sondern da wird es noch Änderungen geben. So wie es auf den Fildern, in meinem Wahlkreis, auf den Fildern Änderungen gegeben hat, so bin ich sicher, wird es auch am Hauptbahnhof Änderungen geben, weil es mit der Kapazität, das ist so eines der zentralen Fragen, so nicht klappen wird. Also ich glaube nicht, dass es genauso gebaut wird, aber ich glaube auch nicht, dass das Umkehrprogramm so umsetzbar ist. So, ganz kurz stenografisch zu den anderen Fragen, ich habe auch ein bisschen geguckt, welche jetzt schon beantwortet wurden und gehe auf die ein, die noch nicht beantwortet wurde oder wo ich was anderes sagen möchte. Herr Monheim, Thema Schienengüterverkehr, ganz wichtig ist natürlich der Erhalt der Verladeeinrichtungen, wo die verloren gehen, kann man auch nichts mehr aufbauen. Der kombinierte Verkehr wird sicherlich eine der Zukunft sein, das heißt, es ist nicht immer die Frage Schiene oder LKW, sondern auch beides und übrigens finde ich auch ganz toll, auch wenn es jetzt mengenmäßig noch nicht relevant ist, solche Kombimodelle, wie es zum Beispiel in der Uckermark in Brandenburg gibt, wo man Busverkehre auch damit noch halbwegs wirtschaftlich aufrecht erhält, indem die Busse die Personen befördern, gleichzeitig auch Güter mitnehmen, wo die Linienbusse zum Beispiel Tanne-Emma-Läden unterwegs beliefern, finde ich super, eine super Idee, gerade für die ländlichen Räume, um die Busverkehre noch aufrecht zu erhalten. DB als Global Player, nein, ich finde, die Deutsche Bahn muss sich zumindest im Wesentlichen auf Deutschland beziehungsweise Europa beschränken, also Deutschland wäre zu wenig, ich möchte natürlich mit dem ICE auch nach Paris, nach Prag, nach London, wohin auch immer fahren können, aber ich brauche keine Weingüter in Südafrika und keine Häfen in China. Thema Verkehrssicherheit ist mir und uns ein ganz wichtiges Thema, wir sind Verfechter der Vision Zero, also der Idee, der Vision einer Mobilität, eines Verkehrswesens, das keine Toten mehr einfach so hinnimmt, wobei ich den Vergleich, Herr Alt, muss ich aussagen, mit Atombombe finde ich jetzt auch nicht passend, weil das eine ist bewusst konstruiert, um Menschen zu vernichten, beim Verkehr, beim Auto wird es sozusagen hingenommen, ist ein großer Unterschied und trotzdem müssen wir natürlich handeln beim Verkehr. Letzte Frage war vom VCD mit NOX, ich beschränke es jetzt mal auf NOX, wir brauchen natürlich zunächst mal strenge europäische Vorgaben, das gilt dann auch für CO2 und zwar solche, die ohne irgendwelche Trittereien auch auf der Straße eingehalten werden, wir brauchen nicht das, was jetzt beschlossen wurde vom Bund diesen Konformitätsfaktor von 2,1, man hat einen Grenzwert, der ist zunächst mal gar nicht so wenig streng und dann dürfen nachher die Autos das 2,1 fache ausstoßen und ist dann auch noch akzeptiert, das geht natürlich so mal gar nicht und wir haben jetzt in Baden-Württemberg in Stuttgart den Beschluss der Landesregierung Fahrbeschränkungen in Stuttgart zu machen, das wird Vorbild sein auch für andere Städte, wir sind aber natürlich für die blaue Plakette, ich habe da heute die Bundesregierung in der Fragestunde dazu befragt, da ist leider das Umweltministerium SPD geführt, nicht einig mit dem CSU geführten Verkehrsministerium, es droht nämlich nächstes Jahr ein Flickenteppich an unterschiedlichen Fahrbeschränkungen in Deutschland, jede Stadt hat ihre eigene Regelung, wer rein darf und wer nicht, da sollten wir das den Leuten ersparen, da ist die blaue Plakette dann der richtige Weg, es geht um die Gesundheit der Menschen. Vielen Dank, es tut mir sehr leid, dass wir jetzt hier zum Ende kommen müssen, wir müssen es aber glaube ich, wenn ich den Veranstalter richtig oder der Hausherrinnen und Herren hier richtig deute, sehr schnell zu einem Ende kommen, sonst kriegen glaube ich die Veranstalter auch Ärger hier mit den Mietbedingungen, ich würde aber trotzdem einen Punkt noch ganz kurz sozusagen, ich glaube drei Minuten haben wir noch, wenn ich es jetzt richtig sehe hier auf meiner Uhr, nämlich der Abend hat von meinen Erwartungen jetzt viele erfüllt, aber eine, nämlich so diese Überlegung, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, so von den möglichen künftigen Koalitionspartnern mit so ein bisschen gemeinsamen Ideen in den Wahlkampf und dann vielleicht auch in die Koalitionsverhandlungen reinzugehen, da war jetzt nur an einzelnen Punkten sowas von zu spüren, insofern würde mich das interessieren, weil so wie ich Politik erlebe, ist ja nicht nur Parteien gegeneinander kämpfen, sondern ja auch Verkehrspolitiker gegen andere und die Bahnexperten untereinander ja auch so eine Art Untergruppe stellen oder so, ob es nicht die Durchschlagskraft auch in möglichen späteren Verhandlungen erhöhen könnte, wenn man sich auf bestimmte zentrale Sachen vielleicht auch gemeinsam einig und würde deswegen nur mal diesen Vorschlag, den Herr Monheim ja aufgebracht hatte, ob man irgendwie mit so gemeinsamen Kernforderungen vielleicht daran weiterarbeiten wollen würde, ob es für sowas so eine Bereitschaft gäbe und wenn ja, was denn für Sie der wichtigste Punkt, der hier jetzt noch nicht erwähnt wurde, wo man sich vielleicht noch auf eine Position einigen könnte, mit so einem positiven Ausblick statt diesem Rückblick vielleicht noch diesen Abend dann beenden und da von jedem noch einen Satz zu hören. Ja, das muss ich jetzt ein bisschen enttäuschen. Ja, ich sage das auch ganz deutlich, ich mache Wahlkampf für die absolute Mehrheit der SPD. Und jetzt können viele lachen, ja, da können viele lachen, das ist aber der Anspruch, den ich als Wahlkämpfer habe. Das ist der Anspruch, den ich als Wahlkämpfer habe. Ich möchte am liebsten 100% reine SPD-Politik machen. Und nun werden wir realistisch, was wollen Sie am zweitliebsten? Und dann, nach der Wahl am 24. werden wir sehen, ob es für 100% reicht, wenn nicht, werden wir dann gucken, mit dem wir einen Koalitionsvertrag eingehen und dann werden wir die Punkte verhandeln. Aber vorher schon sozusagen irgendwas vorwegzunehmen würde, finde ich in meinen Augen auch jeglichen Wahlkampf total langweilig machen. Ich kämpfe für eine SPD-Regierung, vor allen Dingen für einen SPD-Kanzler, jeder weiß, wen ich damit meine. Und am Ende schauen wir. Und dass es dann auch Gesprächsrunden gibt. Es gibt ja den rot-rot-grünen Gesprächskreis. Es gibt Gesprächsrunden mit der FDP. Es gibt einzelne Runden mit den Grünen. Das gibt es schon immer. Das gab es schon immer. Das ist auch in Ordnung. Das braucht man auch, um so ein Grundverständnis zu haben, um sich kennenzulernen, sich abschätzen zu können. Viele kennen sich ja seit Jahren. Aber am Ende, im Wahlkampf, kämpft man erst mal für seine Überzeugung. Und dann wird am 24. irgendwann das Wahllokal geschlossen, ausgezählt. Und dann schauen wir, wofür es reicht. Okay. Damit hat sich die Frage an die beiden anderen schon fast ein bisschen erledigt. Aber eine kurze Möglichkeit zur Stellungnahme würde ich beiden auch noch geben. Ich möchte einfach deutlich machen, dass es für mich immer darum geht, egal ob Wahlkampf ist oder nicht, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Und das ist eigentlich das, wofür ich mich engagiere und auch die allermeisten Linken, da mag es vielleicht auch der ein oder andere die ein oder andere geben, die am liebsten irgendwie sich auf Regierungsoptionen einlassen. Aber das wäre natürlich schon irgendwie klasse, eine Vorstellung davon zu haben, dass auch andere einen Politikwechsel wollen und in welche Richtung der gehen soll. Das habe ich schon befürchtet, dass das nicht wirklich das große Ziel ist, das jetzt in der SPD erwächst. Aber so deutlich, wie Sie es jetzt gesagt haben, habe ich es nicht befürchtet. Wer wollen Sie denn regieren, Frau Leidig? Also, wir führen einen eigenständigen Wahlkampf, weil wir möglichst stark werden wollen mit unseren Themen. Wir werden die Ökologie in den Mittelpunkt stellen. Wählerinnen und Wähler entscheiden über die rechnerischen Möglichkeiten. Die gehen, das haben wir in Bad Württemberg gesehen, nicht immer so aus, wie wir wollen. Wir hätten da auch lieber damals mit der SPD weiterregiert, aber die Wählerinnen und Wähler haben anders entschieden. Das ist immer zu respektieren. Es ist immer das Beste daraus zu machen, aus dem, was vorgegeben ist. Ökologie steht vorne und wenn es um Koalitionsverhandlungen geht, ist für uns das Thema Verkehrswende ein ganz zentrales. In der letzten Regierungskoalition mit der SPD haben wir die Energiewende eingeleitet und jetzt steht die Verkehrswende an. Ja, dann darf ich als Veranstalter einfach die drei noch mal bitten, die Rolle der nicht in den Parteien organisierten sogenannten intermediären Organisationen, also Bündnisbahn für alle oder 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 sich noch mal vor Augen zu führen. Wir haben eine Katalysatorrolle, so wie auch die vielen Fachleute in dem Bereich eine Katalysatorrolle haben. Und ich finde, dass bei allem Wettstreit der Parteien, der so sein muss, wie er hier abläuft, dass es daneben Plattformen geben muss, wo die Gesprächslosigkeit, die das fatale Schicksal von Verkehrspolitik in Deutschland, ich mische in diesem Bereich seit 1960 mit. Ich bin ein Urviechter und ich verzweifle an der Unfähigkeit der, ich sag mal, der Vordenker, der Strategen, sich mindestens mal still und in Ruhe zusammenzusetzen. Es gibt eigentlich nur zwei Bereiche, wo das immer wieder stattfindet. Das sind die berühmten Akademien, die politischen oder die kirchlichen Akademien, da sitzt man dann mal zusammen. Aber ich würde mir einen solchen Dialog jetzt zu Wahlkampfzeiten wünschen, wo Sie sich gegenseitig so weit austauschen, dass Schnittmengen vielleicht über das, was wir heute erlebt haben, hinaus identifizieren. Das war unser Motiv, diese Veranstaltung zu machen. Und vielleicht gehen wir jetzt Kartoffel essen und machen einfach weiter. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank.